Yo, Caspar! Oh, Broxo, was ist denn da? Oh! Wir können uns hier anscheinend direkt was aussuchen, oder was? Genau, fliegender Teppich sieht doch eigentlich ganz cool aus. Und das Ding ist, wir haben jetzt die Mission, also wir müssen probieren, so lange wie möglich zu überleben. Guck mal, wir sind jetzt hier quasi... Oh, auf dem Teppich drauf! Pass auf, jetzt musst du schnell auf Weiß gehen einfach. Oh mein Gott! Und dann fallen natürlich immer mehr Leute runter und wir müssen probieren, jetzt hier zu überleben. So funktioniert das also, jetzt auf Blau. Oh Gott, das war knapp. Oha, oha, fällt schon mal runter, noch nicht, ne? Ne, noch nicht. Noch ist es ja auch easy eigentlich. Oh, Purple, Purple. Oh, das habe ich schnell hingekommen. Ich auch, ich auch. Aber ich kann mir vorstellen, dass es immer schwieriger wird, sozusagen, bis einer runterfällt. Ja, ich glaube, wir werden auf jeden Fall noch richtig viel runterfallen. Soll ich hier nochmal Purple? Oh, nochmal Lila. Aber siehst du, warum habe ich da so einen Strahl bei mir? Siehst du das auch bei mir? Ja, du bist irgendwie schon wieder abgespaced. Ich bin richtig abgespaced. So, hier noch. Gut, schwarz. Oh, ich weiß nicht, ob das schwarz ist. Oh mein Gott. Ich glaube, ne. Siehst du irgendwie blau oder so. Ja, das sah echt so aus, ne? Komm, ich fliege. Oh, nochmal schwarz. Oh Gott. Oh, in die Mitte, in die Mitte, komm in die Mitte. Oh, da hinten. Da kannst du natürlich auch chillen. Oh mein Gott. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Oh, leicht rot. Leicht rot. Oh nein, oh nein. Ich hab's. Oh Gott. Oh, 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 oh. Einer ist runtergefallen, glaube ich. Aber wir haben echt gute Gegner, muss ich sagen. Ja, wir schlagen uns auch ziemlich gut, ne? Dunkelblau, dunkelblau, dunkelblau. Wow! Bist du runter? Du bist durchgezogen, oder nicht? Mano. Du bist gerade runtergefallen. Mano. Ich gewinn das für uns hier. Ich dachte, das wäre dunkelblau gewesen. Hier war dunkelblau. Ich kann hier sogar stehen bleiben. Einfach auf ganz entspannt. Ich bin hier zweimal hintereinander aufdrückt. Und wieder einer weg. Ja, perfekt. Ich glaub's ja nicht. So, nächste Farbe. Und purple. Nein, nein. Oh, war das knapp. Oh Gott, das war so knapp, ey. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. So, nächste Farbe. Ich bin gespannt, was kommt. Syan. Oh nein. Wo ist es? Nein! Wo ist es? Da war es auf jeden Fall weg. Nein! Nein! Gut, ich würde sagen, Caspar. Nächste Runde. Wollen wir mal den Bienen-Modus? Der sieht echt cool aus. Der sieht echt nicht gut aus. Na, ich hab den jetzt auch mal ausgewählt. Mal gucken. Okay. Oh! Ui, yo! Yeah! Ui, wir haben Bienen anstatt die coolen. Magenta, Magenta, Magenta. Das ist falsch, das ist falsch, oder? Das ist nicht falsch. Oh mein Gott. Oh, der ist direkt durchgezogen. Ich dachte, wir waren falsch. Wir sind richtig gewesen. Orange, orange. Orange, orange, orange. Komm her, komm her. Oh, hast du einen coolen Namen für deine Biene? Ja, sie heißt Bienchen. Boah, das ist ja gar nicht schlecht. Mein Name ist aber nur Struppi. Struppi, was ist das denn für ein Name von der Biene? Oh, die wird runterfallen. Ey, die Biene Struppi. Oh, doch nicht. Hört sich doch nett an. Okay, also es sind auf jeden Fall echt noch viele am Start. Mal gucken, ob wir dieses Mal gewinnen können. Ja, ja. Wieder Magenta. Sag dir, wie es ist. Okay, ich hab wieder Magenta ausgewählt. Ich denke, ist das richtig. Nein, was? Was? Nein! Ich bin runtergefallen. Das war ja mal richtig schlecht von dir. Oh, mein Gott. Ich wusste nicht. Wohl war mir unsicher, ob Spaghetti da war. Es war so ein leichtes Lila. Unglaublich. Ja, das kann man auch nicht. Aber guck mal, ich werde das Ding jetzt für uns gewinnen. Pass auf. Ich bin jetzt dunkelblau. Ja gut, immerhin. Ich guck mir das genau an von hier oben. Ah, die schafft's auch nochmal. Oha, hier war voll viel dunkelblau. Oh Gott, es sind noch ziemlich viele am Leben. Ja, aber pass auf. Ich sag dir. Oh, Purple. Okay. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Sag mal. Wo ist keiner runtergefallen? Alles gut. Wird doch alles gut. Das kann doch nicht angehen, dass die... Oh, orange. Okay, ich bin schon drauf. Ich bin schon drauf. Ich bin schon drauf. Und... Oh, oh. Hä? Was? Hä? Ich dachte, der wäre runtergefallen. Hab ich auch gedacht. Okay, schwarz. Oh mein Gott. Es werden nicht viele überleben. Oh. Es sind einfach nur noch vier Leute jetzt mit mir am Start. Purple. Okay. Oh. Die sind auch nicht schlecht. Ich glaube, das sieht ja ganz gut aus eigentlich. Das sieht echt noch ganz gut aus, ne? Hm. Rot, okay. Schaffe ich auch. Oh. Sieht auch gut aus. Sieht auch gut aus. Ich frage mich, was soll jetzt diese Tiere bringen, ne? Denkst du, das ist nur Optik? Oh, rosa. Rosa. Ich glaube, das ist nur Optik. Ah. Ja. Ey, die sind ja alle runtergefallen. Ja. Oh mein Gott, wie knapp war das. Du warst gefühlt da schon drauf. Ey, unglaublich. Aber kann ich mir... Ey, wir schaffen es einfach nicht zu gewinnen. Ich glaube, ich kann mir jetzt hier aber irgendwie... Kann ich mir was kaufen? Ne, okay. Hier ein Hut oder sowas. Ich weiß nicht, ob ich dir was kaufen kann. Ich glaube, du hast ja wahrscheinlich schon was gekauft. Guck mal, hier. Du, hinter die Leuchte. Guck mal, das hast du dir schon gekauft hier aus Versehen. Ja? Das hier. Ja, weil das Leuchte für 300 Rohwachs. Das habe ich mir aus Versehen gekauft. Haha. Du hast dir richtig Geld ausgegeben. Nein! Okay. Tower-Modus. Das Tower-Modus-Spiel, das hört sich cool an. Tower-Modus? Okay, wir spielen Tower-Modus. Ich habe das für Tower-Modus gewählt. Stimmt, aber ich bin das aus Versehen gekauft. Ja. Ach, Manu. Oh Gott. Oh Gott, das ist richtig schwierig jetzt. Das sieht krass aus. Okay, dunkelgrün. Dunkelgrün. Ja, komm her zu mir, komm her zu mir. Ja, ich bin hier. Ich bin hier. Ich hab's, ich hab's. Oh mein Gott, ich bin hier schon ein runter. Ey, wie kann man das nicht schaffen? Oh, das geht auch richtig tief nach unten. Guck mal. Ey, aber der Trick ist, nach ganz oben zu gehen, damit du schön, weißt du? Ja, ja, damit... Du kannst hier auch springen, sehe ich gerade. Du kannst auch springen. Jetzt kann man auch springen, ne? Eben kann man nicht springen. Oh! Ne, das stimmt, das stimmt. Da ist schon wieder ein runtergefallen, Kaspar. Oh, oh, jetzt haben wir hier wenig Farben. Grün. Grün, grün, grün. Nein. Okay, ich bin auf grün, ich bin auf grün. Hä? Ich war da drauf. Ich war auch da drauf. Hä? Du bist runtergefallen. Ich bin auch runtergefallen. Ich bin aus dem nächsten einfach runtergefallen. Was soll denn das? Ich war auch da drauf. Mann! Das ist doch unfair. Es sind alle runtergefallen. Guck mal. Ach so, da war das vielleicht ein Troll oder so. Das kann natürlich auch sein. Ja, wahrscheinlich schon. Mal gucken, was du die nächste Runde jetzt sagst. Ja, bin ich auch gespannt. Oh, guck mal der Geist-Modus. Oh, lass uns das machen. Aber dafür wählt gerade keiner. Oh, Mann. Oh nein. Ich weiß jetzt nicht, ob der das jetzt gewonnen ist. Ne, der hat das leider nicht gewonnen, der Geist-Modus. Mal gucken. Okay, aber... Oh, was haben wir jetzt hier? Oder so, ne? Oh, Magenta, Magenta. Wow. Oh mein Gott, du musst dich bewegen. Wo ist denn Magenta? Wo ist denn Magenta? Ich hab's nicht gesehen. Du musst dich bewegen. Ich hab's nicht gesehen. Oh, Mann. Hier ist schon wieder Magenta. Jetzt musst du was machen. Fertig für uns. Ich hab hier schon wieder Magenta gerade. Hä? Mir wurde kein Magenta angezeigt in meiner unmittelbaren Nähe. Ja, genau. Ich hab alles gegeben eben. Ist so. Genau, genau. Ja, ist so. So, orange. Oh. Oh. Okay. Oh. Einer ist runtergefallen. Ha. Die ist einfach noch runtergefallen. Guck mal hier. Blau. Easy going. Das ist doch deine Farbe. Das schaffst du doch easy. Oh. Ich kann jetzt vielleicht gleich gewinnen. Oh, der ist Level 52, ne? Der ist Level 52. Hä? Hä? Was macht der? Was? Er ist gerade noch so geschafft. Okay. Ich glaube, der Typ neben mir ist richtig heftig. Der ist halt Level 52. Ich glaube, der kann das richtig, richtig gut. Der ist nicht ohne. Der ist nicht ohne. Aber ich bin auch nicht ohne. Oh Gott, der schafft es auch easy. Guck mal, der springt die ganze Zeit immer so, ne? Also der macht gar... Der ist eine ganze Zeit springen so. Hä? Wenn du die ganze Zeit nur springst, dann passiert auch mit denen nichts. Okay, ich mach blau. Oh ja, okay. Blau, ja. So. Aha. Das ist Duell der Götter. Sag ich wie es ist. Die beiden besten gegeneinander. Er ist halt wirklich extrem dunkelgrün. Okay, ich hab dunkelgrün. Aber er hat auch dunkelgrün. Er auch. Er auch. Aber wäre es da nichts mehr gewesen, ey, dann... Aber ich glaube, der ist richtig heftig, ne? Oh, leicht rot. Oh! Schnell! Schnell! Oh mein Gott! Okay. Mal gucken. Ich glaube, ich werde gegen den gewinnen. Ich habe so ein Gefühl. Ja, ich drücke den Daumen. Purple. Ach man, Alter. Der ist echt gut, muss ich sagen. Oh, knapp. Ja, der spielt echt nicht schlecht. Der ist echt mega gut. Dunkelblau, dunkelblau. Er schafft es nicht. Er schafft es nicht. Oh mein Gott, was? Er schafft es trotzdem schon wieder. Kann er nicht geschafft haben. Okay. Guck dich um. Schwarz, 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 schwarz. Ach man, der ist echt richtig gut. Vielleicht spielt er auch so eine Taktik, dass der immer in der Nähe von dir ist. Das kann auch sein, ja? Ja. Alter, der ist schon wieder in der Luft gewesen, ne? Oh mein Gott, das kann nicht sein, ey, dass der das die ganze Zeit schafft. Okay, jetzt aber. Oh, leicht rot, leicht rot. Nein, 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 nein. Was? Nein! Was? Der ist doch... Der ist zu gut. Mann, ey, so knapp gewesen. Mann, oh, der ist zu gut, Kaspar. Oh, hier kann man sich 100 Coins sogar einfach abholen, sehe ich gerade. Oh, nein. Okay. Oh, okay. Pass auf, wir sind auf der Wolke. Guck mal, wir sind auf der offener Wolke drauf. Jetzt schnell. Hellblau. Hellblau, Kaspar, hellblau. Das ist ja gar kein Problem, ja? Easy, easy. Aber er spielt auf jeden Fall auch wieder mit. Ich glaube, er ist echt heftig. Der ist gut. Der ist ziemlich gut. Okay, mal kurz gucken wir hier. Er ist echt mega gut. So, schwarz. Schwarz, kein Problem. Gehen wir hier mal drauf. Okay. Oh mein Gott, der ist fast schwierig geschafft, ne? Also, der macht das auch andersrum, ne? Also, jetzt werde ich gewinnen, Kaspar. Ich sag's, du bist jetzt. Jetzt werde ich gewinnen. Ja, ja, ich hoffe es. Ich drück dir die Daumen auf jeden Fall. Ja? Die passen gar nicht alle drauf, oder? Doch. Ist schwierig zu sagen. Okay. Aber nur drei Dinger. Ja, gut. So, pass auf. Oh, rot, 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 rot. Oh, okay. War knapp. War knapp bei mir auf der Ecke. Oh, zwei haben sie nicht geschafft. Wow. Oh Gott, okay, okay. Die beiden haben es einfach nicht geschafft. Die ersten zwei sind schon mal raus, ne? Dunkelgrün habe ich auch. Ja, mitnehmen hier. Sehr schön. Und auch alle geschafft. Ja. Das ist echt verrückt, ne? Gelb, gelb, gelb. Oh Gott. Das ist sehr verrückt. Gelb. Wow, die hat's nicht geschafft. Ey, er hat's aber auch schon wieder fast geschafft, ne? Das ist doch unnormal. So komm, grün, grün, grün. Das ist ja easy. Grün ist richtig easy, ne? Guck mal, der kommt hier ganz... Guck mal, wie halb der da drauf steht auch. Der schafft aber... Oh, der hat auch echt... Also, der hat auch echt ein Glück, ne? Der hat echt Mut, ne, muss ich sagen. Äh, 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 hier auch schnell. Alter, was? Der war doch noch in der Luft? Hä? Wo ist das? Wo war das? Oh mein Gott. Ich hab's nicht gesehen. Hast du das gesehen? Ich hab's grad noch so gesehen. Grün. Oh, jetzt muss ich schon wieder gegen ihn. Ey, wir sind nur noch die beiden wieder. Ey, er war doch in der Luft, der hackt. Wie? Der hat auch was gekauft, dass er noch mal eine Sekunde länger in der Luft sein kann. Gefühlt schon. Ja. Weil wenn ich jetzt die ganze Zeit bei ihm bin, ne? Dann kann ich doch eigentlich nur gewinnen. Schnell. Oh. Oh, er macht den langen Weg. Hä? Hä? Guck. Er war voll... Er hat's jetzt gar nicht richtig gut eigentlich. Er ist wirklich verrückt. Oh mein Gott, grün. Er schafft's nicht. Er schafft's. Er schafft's in meinem letzten Moment. Er schafft's immer so, genau. So Millimeter muss er drauf kommen mit der Wolke nur anscheinend. Weiß. Weiß. Rechts, rechts. Ja. Ey, was? Er hat's auch noch geschafft. Wie geht das bitte schön? Okay. Ja, gut. Das ist ja leicht. Das ist ja richtig leicht. Oh mein Gott, Caspar, es wird jetzt... Es wird echt sehr spannend gerade. Es wird echt sehr, sehr spannend. Es wird echt sehr, sehr spannend. Schnell. Lauf, 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 lauf. Ja. 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 Ich hab gewonnen. Komm mal hier, ich da tanze. Ich hab 90 Münzen bekommen. Sehr schön. Ja. Also, endlich, ey. Hat's auch verdient. Ja, dankeschön. Sehr schön. Was geht ab, Leute? Wow. Ey, wir machen heute das 3er-Koop-Level, ne? Das wird richtig krass werden. Oh mein Gott. Das wird richtig krass werden. Komm mal rein jetzt hier. Rein hier, rein hier. Oha. Oha. Okay, ich fang an hier, Jungs. Ihr müsst drauf gehen, komm. Okay, ich geh aufs rote dann rauf. Ich geh aufs rote rauf. So. Was machst du denn? Das ist so unkorrekt, ne? Schnell, mach schnell, mach schnell. Okay, okay, okay. Das ist so unkorrekt. Ey, das ist so ein unkorrekter. Okay, Kaspar geht du hin. Ich mach das für euch. Ne, ich mach jetzt für euch. Hä, warte mal. Mirkan, hallo. Mirkan, wir brauchen dich, Mirkan. Wir brauchen dich. Ja, das ist auch das 3er-Ding. So, das heißt jetzt hier. Du musst drauf bleiben, Kaspar. Los. Jetzt muss Mirka flierende gehen. Ja, okay, okay. Hey, ist automatisch hochgefahren. Bro, Kaspar ist echt so ein unkorrekt, ne? Ist automatisch hochgefahren, weil Mirkan drüber gelaufen ist. Okay, okay. Let's go. Nochmal, nochmal. So. Alter, Jungs. Jetzt geht's blau. Los. Lukas, schnell. Ich geh rein. Ich geh rüber. Ich geh nicht rüber. Wir gehen automatisch hoch gleich. 3, 2, 1, okay. Geht er eben nicht. Let's go. Mach auf hier, Leon. Let's go. Wir sind's doch einfach. Oh, siehste. Aber wo war denn ein Diamant? Habt ihr mal Glück gehabt. Es gibt einen kleinen Diamanten. Stimmt, ja. Verdammt. Ich bin nicht gesehen da oben bisher. Oh nein. Okay, dann finden wir jetzt alle Diamanten. Okay. So. Hier geht's weiter und hier. Drück mal drauf hier. Ich drück rauf. Ja, danke. Leon, du musst auf rot. Leon. Auf rot. Okay, und? Oh nein. Oh, es tut mir leid. Geh drauf. Ja. Oh. Ey, wieso? Was meinst du denn? Ja. So, jetzt kommt hoch hier. Ey, guck mal hier, Leon. Alter. Wie kriegt man den? Hier unten ist gar nichts. Hier unten ist gar nichts. Was ist da? Hä, wie kriegt man den denn? So nett, Kaspar. Danke. Komm, komm, komm. Oh. Was? Was? Digga, aber nicht schlecht. Ist hier irgendwo ein unsichtbarer Eingang, ne? Oder? Tatsache. Ich hab den Diamanten. Was meinst du? Hä? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich auch nicht. Wie? Wie wo seid ihr? Hä? Wir sind runtergefallen. Hä? Wo seid ihr? Hä? Nein. Lass schnell los. Lass schnell los. Lass schnell los. Warte, warte, warte. Was ist gegen mich? Komm, 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 komm. Los. Da. Warte. Das ist Teamwork-Obi. Das ist Teamwork-Obi. Das ist Teamwork-Obi. Hä, was meinst du? Was ist Teamwork-Obi? Machen wir doch. Nein, ich bin gar nicht. Nein. Oh. Okay, 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 okay. Okay, wenn ihr so korrekt seid, ne? Ich merke mir das. Ne, ich bin korrekt. Hä? Alles entspannt hier. Nichts los. Das war gerade mal leicht, ne? Ja, wir haben gleich was richtig schweres, wo Mittel und sowas steht, ne? Warte, was ist denn das jetzt schon? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm. Einer muss auf... Ah, komm, auf Gelb. Geh mal auf Gelb. Okay, und jetzt? Und jetzt? Jetzt mal richtig rüber. Jetzt geh auch auf Gelb, Kaspar. Ja, warte, warte. Und rauf hier, ja? Okay, okay, okay. Okay, okay. Und jetzt? Warte, warte, warte. Ready? Oh, ja. Und los. Und let's go. Beides. Beide. Jungs, bitte. Hilf mir. Okay, jetzt. Okay. Ey, bitte. Ey, also. Let's go. Oh, okay, 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 okay. Okay, dann als erstes das? Was? Ey! Oh mein Gott, Digga. Dreh mal, dreh mal. Ey, Digga, dann rennt ihr doch runter dann. Was denn? Okay, okay. Oh, okay, er macht den Schlau. Dreh das Rote, dreh das Rote. Ich helfe euch jetzt. Ach, Mann ey, was ist das? Oh, wir brauchen beide. Ja, ja. Pass mal hier rauf, Frau Cap. Okay. Also echt, ihr seid doch ungerecht da. Ich würd sagen, wer jetzt trollt, der hat verloren. Ja, ja. Okay. Oh mein Gott. Aber jetzt zurück auf drauf, Digga, jetzt zurück auf drauf. Warte, nein, 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 noch nicht. Ja, okay. Wo ist der Diamant? Wo ist der Diamant? Er will der Diamant nicht. Wo ist der Diamant? Hä, stimmt. Irgendwo ist hier noch Diamant versteckt. Ja, ich weiß wo. Locker da unten oder so. Ich glaub, er hat seine Lederrand entlang. Ich glaube hier. Ich glaub hier in dem. Tatsächere. Oh mein Gott. Tatsächere. Ach, ich wohne in mir. Tatt. Yo. Haha. Oh ne, Möckern. Du musst ihm helfen. Ey, Pipze. Kasper. Ich hab hier ein Problem. Du musst auch zurückkommen. Wie denn? Jetzt schnell, Möckern. Aaaaach, Mann ey. Mann, was machst du denn aus? Ja, Bro. Ich hätte Diamanten nicht vergessen. Du sollst doch gerade wieder zurückkommen, Alter. Das geht doch gar nicht. Muss ich zurücksetzen, anders geht's. Hast du den Diamanten bekommen? Na, normal hab ich den bekommen. Wo war der? Unten im grünen. Du musst den genau raufspüren. Ich bin einfach ins grüne rein. Ach du, wie kann man so korrekt sein. Okay, komm. Easy jetzt, easy jetzt. Hä? Nicht rüberlaufen. Nicht doppelt rüberlaufen. Warte. Ja? Okay, alles gut. Alles gut. Oh mein Gott. Okay, dann kommt. Let's go, Jungs. Wuuu. Wee. Ey. Alter, mach doch. Mach doch. Off we go. Guck mal, die Map heißt sogar Go. Also Go. Oh mein Gott, ich weiß, wo der Diamant... Hast du gut gemacht. Wo ist denn der Diamant? Komm mal mit. Wenn ihr mich rüberholt, sag ich euch, wo der Diamant ist. Wie wirst du das schon? Hä? Was ist das denn? Hä? Warte mal, aber... Hä? Können wir mich bitte rüberholen? Hä? Hä? Aber wo soll das sein? Hä? Warte mal. Hier ist ein Knopf, aber... Jiiiihihi. Der muss doch den Knopf irgendwie rauf. Mit Teamwork und dann spawnt der. Nein, 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 geh dahin, geh dahin Caspar. Nein, nein, du musst den Knopf drücken. Ja, ich geh rüber, ich geh rüber, ich geh rüber, ich sag den Knopf. Habe ich? Ja. Oh mein Gott, korrekt, danke. Hä? Du bist uns eingesperrt? Hey. Wer kann nicht mehr raus? Okay, danke. Okay, okay. Ich brauche den Diamanten nicht. Das sagen Verlierer immer. Das ist ja korrekt. Ich habe so schon genug Diamanten. Ah, okay, so ein Ding ist es also. So, dann geht es jetzt geradeaus. Geradeaus heißt es. Geradeaus, ja. Let's go. Ohui. Jetzt brauche ich Hilfe. Oh nein. Oh nein. Einer muss da... Einer muss da auf diese Etage gehen. Das ist wirklich echt... Oh, Ehrenmann. Okay, okay. Und drauf da? Okay, blau. Zack. Hier durch, Leon, ja? Schwarz. Ja, 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 ja. Stark, stark, stark. Jetzt brauche ich blau. Lila, ja. Kommt. Ja, perfekt. Ich brauche... Warte, nur schwarz. Ja. Äh... Hin... Hey! Schwarz? Habt ihr schwarz? Nee, wir brauchen jetzt erst unser. Wo? Ich kann jetzt rüber. Jetzt können wir beide. So, bleibst du, bleibst du, bleibst du. Hä? 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 Ach, okay, kommt hoch. Okay. Ja, wie denn? Warte, wo hast du denn schwarz gebraucht? Ich finde einen Diamanten. Tut mal schwarz, tut mal schwarz. Hier ist kein schwarz. Ey, hier ist kein schwarz. Ach so, aber wie komme ich jetzt hier hoch? Sam... Egal, wir gehen jetzt durchs Ziel. Hä? Bro! Ja so, Bro, bitte. Mach nochmal weg, mach nochmal weg. Ich hänge hier mitten in der Box jetzt, Digga. Ich... Mach nochmal weg, bitte. Ich hänge hier mitten in der Box, Digga. Okay. Komm hoch. Okay. Aber wo haben wir denn schwarz sind? Die hätten wir alles tun können. Ja, ich... Kriegen wir nicht, kriegen wir nicht. Kein Problem. Okay. Also das war doch easy, jetzt kommt schwer, ne? Jetzt kommt... Oha, Climetime. Jetzt kommt... Jetzt kommt richtig... Climetime. Jetzt geht's richtig ab. Okay. Okay. Nein. Oh Gott, drück auf Geld unten. Gelb. Woher wusste ich, dass sowas passiert, Digga? Woher wusste jetzt sowas, solche billigen Tricks passieren? Also wirklich, ich bin jetzt auch hier unten und warte bis... Blau! Lila! Oha! Hey, Digga! Mirka! Ey, das war... Das war Leon. Klar, ist klar. Okay. Also Digga, was war wirklich... Mirka, was war so ungerecht? Oh, es war so schwer. Nein, nein, er ist immer gelaufen. Bro, oh, ey. Wirklich jetzt. Guck mal, ich treu nicht mehr. Es ist Lila. Wirklich, wie kann man nur so ungerecht sein? Du musst doch auf Lila gehen. Boah, Digga! Om eine. O, wirklich. Na, meine. Beide. Meine... Okay, ich geh jetzt geh auch Lila. Ey. 只iga Ey. Okay. Ey. Ja. Und das habe ich original hundertmal gemacht, Digga. Das müssen wir mal sagen. Okay. Ja, komm, du bringst uns ja auch nichts. Ja, ja. Ich geh rüber. Ich geh rüber. Bring doch nichts an, weißt du. Kann man nichts sagen, Digga. Ist halt wie süß. Ich weiß. Probier dein Glück. Probier dein Glück. Okay. So. Okay, Möckert, geh rüber. Ich geh rüber. Ich geh rüber. Ich geh rüber. Guck mal, ich troll nicht mal, ne. Ich werd getrollt. Ja, trollt einfach, Digga. Ja. 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 Okay. So, jetzt. Jetzt schaffe ich's. Das ist über alle einfach wie Dings. Du hast nur eine Sekunde Zeit, wenn man drauf geht, Digga. Du musst wirklich schnell hoch. Okay. Ja, Kasper. Hallo. Warte, warte. Er dreht durch. So, jetzt schaffe ich's. Ich hab ein gutes Gefühl, dass ich es jetzt schaffe. Ja, weiter weiter. Hier, alles klar. Kasper, du rüber. Du rüber. Nicht durch mich durch. Zack. Ja. Oh mein Gott, das war so knapp. Hast du jetzt? Welche Farbe? Schwarz. Oder? Äh. Nee, erst. Als Akt... Aber... Was? Wie sollst du das schaffen? Wie sollst du denn jetzt auf Blau kommen? Okay, geh rüber, schnell. Warte, ich müsste jetzt springen. Ach, Digga, unmöglich. Das geht so nicht. Ich bleib auf Blau hier unten dann. Ah, Leon. Immer nur eine nacheinander. Oh mein Gott. Und dann, okay. Hä, wie smart. Okay. Okay, okay, okay. Dann geh du auf Lila, Leon. Check. Check, ja, ich check. So. Lila. Ne. Hä? Nichts gemacht oder? Dann geh du mal auf Blau, Leon. Ach, jetzt. Okay. Jetzt, ich geh auf Gelb. Okay, geh auf Gelb, ja. Dann geh ich jetzt hier auf Blau. Ja. Sehr gut. Sag Bescheid. Hä? Blau bleibt. Hä? Blau bleibt und Lila auch. Ich bin schon da, Jungs. Was geht's? Hä? Ist alles entspannt hier. Okay, auf die Box. Auf die Box. Auf die Lila in der Box. Okay. Okay, mach du. Rote. Ja, warte, nochmal, nochmal. Rote. Okay, rote. Wie kann man so sein, Digga? Also, wie kann man nur so drauf sein, Digga? Warte, mit Absicht. Warte, mit Absicht. Äh, ich nicht. Ach so, ist mir leid. Du gehst auf die Rote rauf. Ey, was denn jetzt? Rote, du sollst auf die Rote unterbleiben, ja. Warte, warte, warte doch. Ja. Okay, sag, bin ich. Bin ich doch da. Warte, hier ist das Rätsel. War natürlich nur Spaß. Ich bin jetzt erst mal drin. Tschüss. Ah. Okay, das war wirklich schlecht. Ey. Was ist hier oben? Das geheime Level. Hier unten ist noch eins. Hier ist das geile Level, Bro. Lol. Hier unten. Sprungzeit. Oh nein. Oh oh. Oh nein, Bro. Warte mal, was? Hä? Lol. Okay, warte mal, warte mal. Okay, rot. Mach mal rot. Rot. Jetzt blau. Ne. Blau wegmachen. Alter. Und dann durchspringen. Und dann durchspringen. Kas, was wir brauchen. Wir brauchen. Jungs, wir brauchen noch. Ey, wir brauchen zwei. Guck mal, jetzt rot. Rot, rot, rot. Ja. Ja, und die andere. Ja. Ich kann es nicht alleine machen. Ja. Oh mein Gott, warte jetzt. Äh? Ja. Ey, ich fall zur Seite. Ja, jetzt kann ich euch holen. Hier, ich mach euch. Was braucht ihr? Blau? Möckern, geh rauf. Ich mach rot für dich, Möckern, komm. Ne, Leon. Geh auf blau rauf. Was denn? Ich werd blau. Oh mein Gott. Woll aufhören. Oh mein Gott. Ich bin voll weit. Ich bin fertig. Ihr bist denn fertig? Er trollt. Der Typ trollt. Der Typ trollt. So jetzt, auf blau, ja? Geht nichts, Robi. Hast du auch deine geilen Diamanten eingesammelt, Kaspar? Geh mal auf blau. Geh mal auf blau. Okay, warte. Ich bin auf blau, ja? Junge, Alter. Ja, Jungs, ich bin schon beim Ende. Ja, ich nicht. Weil du auch egoist bist. Weil du auch egoist bist. Rot. Blau. Ey, egal. Guck mal, ich hab's auch geschafft. Guck mal. Level verlassen. Danke. Zurück zu spawnen. Ich hab's geschafft. Wuhu. Und auch geschafft. Es gibt das ganz besondere Abzeichen, wo wir alle drei Level geschafft haben. Muss ich ja sagen. Sehr gut. Guck mal, Kaspar, das Bowsers Bruder. Und der schläft. Wieso redest du so laut? Mensch, stimmt. Du hast recht. Du hast recht. Du hast recht. Nicht, dass der aufwacht hier auf einmal. Ich bin da einfach draußen gerade aufgemacht und bin da ein bisschen hektisch hier. Ey, weißt du was das Problem ist? Der will uns essen und er hat gesagt, er will uns heute essen. In 10 Minuten will der aufwachen und uns einfach so aufrunddaten. Nein, der Wecker klingelt dann oder was? Wir sind hier irgend so ein Kerker jetzt. Deswegen müssen wir, wir haben nur 10 Minuten Zeit zu entkommen. Deswegen würd ich sagen, lass mal direkt zusehen, dass wir hier rauskommen. Guck mal, der ist auch voll erschrocken. Ich glaub, wir müssen hier durch die Toilette einfach gehen, oder? Der sagt doch, der stinkt. Ja. Alter. Guck mal, optimal. Das Geisterklo. Das Geisterklo. Perfekt. Das nehmen wir doch mal mit dir. Ey, was? Okay, dann können wir jetzt... Wie heißt der denn, dieser Bowsers Cousin? Wie heißt der? Ey, der Bruder von Bowser heißt einfach Revob. Ja. Revob. Revob. Ich weiß. Ich glaub, es ist Bowser. Guck dir jetzt, Leute. Ja, das kann sein, Alter. Revob. Was ist das für ein Name? Das ist echt ein richtig tober Name. Nein. Und der frisst hier einfach gerne so Roblox-Spieler, oder was? Ja, der sperrt den auch einfach ein in den Kerker und sowas, ne? Oh Gott, oh Gott. Der mit dem stimmt auf jeden Fall. Ey, du bist so wirklich... Du blockst mich hier. Was mach ich denn? Ich mach doch gar nichts. Also... Hallo, ich hab nichts gemacht. Ich wollt's ja nur sagen grad. Komm mal hier. Wuuu. Vorsichtig. Vorsichtig. Ich bin ja im absoluten Strom drin. Vorsichtig. Das ist das Kochwasser, ne? Da macht er das Essen draus dann. Ja, ich weiß. Das wird dir erhitzt. Der lässt sich schon den Topf ein, da. Da steht doch sogar, fahre mit dem Boot den Tunnel hinunter. Aber welcher Tunnel? Ich hab kein Boot gesehen. Oh! Oh mein Gott, was ist das denn jetzt? Das ist auf von... Alter, das ist Bauterspestung. Ja, Mann, wie krank. Guck mal, wie das aussieht. Warte mal, ich hab ne Idee. Oh mein Gott. Mann, bleib kurz stehen hier. Guck mal. Okay, lauf los. Ja? Ja? Ja, los, mach mein Untertan. Geht das? Warte? Los jetzt, lauf für uns. Lauf den Parcours. Äh, geht das? Ja klar. Ey, das geht? Ey. Oh Gott, die Meteoriten. Ey, das ist ja wie bei Super Mario hier einfach. Aber alles hat irgendwie so... Das sieht so krass aus gerade. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Glaubst du, sie müssen gegen Rover, wie der hieß, noch kämpfen am Ende? Gegen Rover? Hieß der nicht so Rover oder so? Nein. Der hieß Revo. Guck mal hier, das sind diese, diese braunen Teile. Stimmt. Auf die kann man doch rauf springen, oder nicht? Stimmt, da werden die klein. Oh. Oh Mann, pass auf da, sag mal. Ich will ja auch nicht rauf gesprungen. Ich glaub, das sind... Die waren ja auch nicht braun, die sind blau. Ich weiß, die sind, glaub ich, die sind giftig oder sowas. Ja, da muss doch die sind ein bisschen OP. Hä? Oh mein Gott. Der hat mich einfach geholt, aber ich... Mann, pass doch mal ein bisschen auf da. Ja, ja, der hat mich einfach geholt. Du hast ja auch knappe Kiste die ganze Zeit. So, jetzt hier aus. Ja, so, jetzt alles entspannt. Guck mal hier. Schildkröten. Hey, das sind hier diese Dingens. Wie hieß nochmal das aus Super Mario Schildkröten? Ähm, äh, die heißen... Ach, wie... Mann, ich wusste es eben gerade noch. Wie heißt, schreibt mal in die Kommentare, Leute. Wie heißt nochmal diese... Koopa. Koopa heißen die. Koopa, genau. Das ist einfach Koopa. Und die heißen die einfach Reobk. So heißen die nicht. Ja, das ist ja gerade ausgedacht. Au! Mann, das ist blockiert. Ich bin Tänzer. Ich bin Tänzer. Ja, ja. So, jetzt vorsichtig. So. Ich... Mann, aua, du schubst mich hier die ganze Zeit. Ja, genau. Ich bin hier... Es ist ja... Es ist deine Schuld. Es ist deine Schuld. Ah, 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 ah. Hier waren auf einmal Spikes aus dem Boden. Was auch passt. Und siehst du da hinten? Die Röhre. Oh Gott, das ist ja wie bei Mario. Guck mal hier. Hä? Du hast mich geschubst. Ich hab dich gar nicht geschubst. Du hast mich echt geschubst. Okay, das stimmt. Nein, das stimmt. Rein, warte. Schade. Oh mein Gott. Hä? Wie heißt der nochmal? Das ist, ähm... Oh mein Gott, wie heißt der nochmal? Ich wusste es eben gar nicht. Also, wer ist denn in seinem Bau? Der hat doch auch so einen Namen, oder nicht? Ja, der heißt... Das ist so ein Lilana. Wie heißt der denn nochmal? Ich hab ihn auch gerade vergessen. Der hat auch einen Panzer. Ist so ein Lilana. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie der heißt. Ja, ja, genau. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie der heißt. Auch in die Kommentare schreiben, Leute. Nein, ich schreib einfach keinen. Alter, du hast mich voll geschubst. Ich hab dich nicht mal berührt. Doch, du hast mich geschubst und dann auch aufgetreten. Ich hab mich nicht mal berührt. Hab ich genau mitbekommen. Hab ich genau gesehen. Ja, ja, ja. Ich glaub, wir müssen sehen, was du einfach hast. Ah! 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 Okay, okay. Sollen wir hier reinpassen, oder was? Endlich. Was? Da passen wir doch nicht rein. Digga, dann quetsch ich mal da rein hier in das Ding. Ja, okay. Warte, ich geh rein und... Okay, es geht. Oh mein Gott, das sah aber eng aus. Oh! Hey! Was ist das denn? Wieso sieht das so eklig aus? Äh! Das ist ja mal mega eklig. Schleimig und voller Gehirnschleimung. Schleimig und voller Gestank. Boah, der hat richtig Mundkeule. Ist doch ekelhaft. Kann man ja auch mal die Zähne putzen? Ist so. Kann der mal jemand eine Zahnbürste geben? Eklig. Okay, dann gehen wir hier über die Pizza rüber. Boah, auf so'n Hotdog, muss ich sagen? Joa, würde ich mich jetzt sehen. Tocks, Digga, die wären natürlich auch richtig heiß. Die wär jetzt schon nice. Guck mal, jetzt ist es schön, nur die ganzen Burger rüber. Hier, Checkpoint. Was ist das hier? Das ist einfach nur schön normales Wasser. Alles gut. Ganz normales Wasser, ja. Das ist doch nicht vergiftetes Wasser oder sowas. Dann nimmt das einen großen Schluck. Ich hatte kurz Durst. Ich hatte kurz Durst. Ich hab das gesehen. Ich hab das gesehen. So. Aber das ist glaube ich echt so... Ihr könnt mir die Kommentare schreiben, Leute. Mögt ihr lieber. Und das kannst du auch gleich sagen. Ja. Sprudelwasser oder stilles Wasser? Ja. Okay. Also ich muss sagen, ich bin... Eigentlich war ich immer voll so... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schafft. Immer eher der Sprudeltyp. Aber in letzter Zeit mag ich auch sehr gern stilles Wasser. Sehr gern. Ich hab das schon gemerkt. Jedes Mal, wenn wir so essen waren, hat er erstens immer stilles Wasser geholt. Wieso? Stilles Wasser ist doch auch... Also ja, ich... Also es darf halt auch nicht so doll sprudelig sein. Es darf nicht so... Einfach nicht so langweilig. Es darf nicht so... Es darf nicht so doll sprudelig sein. Oder bist du voll so ultra sprudelig? Nein, nein, nein. Ich bin so medium. Ich bin so medium. Also... Wenn es so doll sprudelig ist, dann ist es einfach nur Rips-Maschine. Muss ich auch grad sein. Muss ich jetzt halt auch ripsen. So. Aber ihr könnt's auch mal in die Kommentare schreiben, wenn wir interessieren. Am nächsten Checkpoint ist ja... Hier schön weiter... Oh mein Gott! Pass auf! Das ist... Das bricht! Das bricht! Das bricht! Was ist denn damit los? Das ist ja total das moderne Holz. Das ist vergammeltes Holz. Vorsichtig jetzt hier. Einfach immer rüberspringen. Beeilung hier. Beeilung. Ganz, ganz vorsichtig. Oh mein Gott! Hier schön. Achtung jetzt hier. Oh mein Gott! Was war das denn? Abwarten, bis diese... Bis die Blöcke runtergefallen sind. Was ist das? So Säure oder sowas, ne? Ich glaub das ist... Geh mal nach vorne. Geh mal nach vorne einen Schluck. Guck. Oh mein Gott! Ich seh's auch. Lass dir troffene Säure passieren. Hier die DNA! Guck mal da kannst du hochklettern hier. Wie jetzt? Hier die DNA kannst du einfach hochklettern. Ich bin einfach hochklettern auf einmal. Guck mal. Ich hab voll Probleme da hoch zu klettern. Mach doch mal! Ah ok ok ok. Mann! Das ist auch... Wow! Was ist los? Ich bin ja voll hoch geflogen. So jetzt hier an seinen 3, 4 Herzen vorbei oder was? Wie sagt der so viele Herzen? Das sind glaube ich sein Leben. Wie war Mario? Ich glaub der hat noch 5 Leben oder so. Der hat sich den ein oder anderen Power-Up auch gegönnt. Guck mal! Explosiv! Explosiv Kaugummi hat der hier gehabt. Bloxilius Kaugummi. Oh mein Gott! Aufpassen! Das ist Metall Kaugummi um seine Zähne zu stärken. Der hat doch überall noch so Kaugummi-Reste hier kleben. Das ist ja voll ekelhaft. Das passiert also wenn man Kaugummi runterschluckt. Deswegen soll man das nicht machen. Ja auf vielen... Leute! Auf gar keinen Fall Kaugummi runterschlucken. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Klar wir haben den Blinddarm aber trotzdem immer nicht machen. Oh! Ich hab keinen Blinddarm mehr Bro! Ich hab keinen mehr. Ehrlich nicht! Also soll ich dir mal eine kleine Story dazu erzählen? Ja. Laufen wir weiter. Ich war auf einmal in der Schule ja. Und auf einmal... Ich hab so während des Unterrichts auf einmal gemerkt, boah ich krieg voll Bauchschmerzen und sowas. Auf einmal... Ich geh zum Arzt. Er sagt... Bruder! Dein Blinddarm! Er ist durch! Und ich war so... Oh mein Gott! Wie der ist durch! Er hat das gerade ausgekackt hier! Guck wo ich bin! Hier oben bin ich! Oh mein Gott! Ich bin hier reingefallen ins Loch! Naja jedenfalls! Pass auf! Auf einmal meinte der Arzt... Ja der ist durch! Und dann musste ich noch... Weil das so... Der war kurz vorm Platz! Und der Platz ist richtig gefährlich! Und dann musste ich noch mit Eiltransport mit dem Krankenwagen in so ein neues Krankenhaus und dann haben die mir in der Nacht noch, wo ich zum Arzt gefahren bin, den rausgenommen! Um 3 Uhr morgens oder so! Ja richtig krass! Weil der Ding fast geplatzt wäre oder was? Weil der fast geplatzt war und dann... Ich weiß noch ich bin aufgewacht, man ist hier unter Vollnarkose... Kommst du hier mal durch hier durch die Röhre oder was? Ja ich wurde hier gerade... Ich wurde hier jetzt gerade rausgefurzt! Jetzt erst! Ah ja ok ok! Ja ok Vollnarkose ja! Und dann bin ich aufgewacht und dann kam der Arzt auch so zu mir und meinte... Das war ein richtig dickes Organ! Hat er gesagt! Er meinte er war richtig knapp ey! Und seitdem hab ich keinen mehr! Aber was machst du jetzt wenn du aus so einem Haar und sowas ist? Wo geht denn das hin? Ja das geht direkt raus! Das Blüter ist ein Organ was man eigentlich gar nicht braucht! Den braucht man eigentlich nicht! Ja ehrlich? Ich dachte der Filter ist das nicht! Wenn du auf einmal irgendwie aus so Steine gegessen hast! Ja das ist auch so! Also tatsächlich ist da so alles drin wenn du zum Beispiel Schrot isst! Also wenn da irgendwie weißt du so ein Reh ist oder sowas vom Jäger ist und da ist irgendwie noch so eine Schrotkugel so eine Bleikugel! Dann ist das alles im Blinddach! Aua! Ja genau! Das hab ich mir auch gedacht wenn man so aussehen so Haar im Essen hat oder sowas! Aber wenn das weg ist dann... Das sind so Sachen die können nicht so verdaut werden glaube ich! Ja genau! Die sind... Ich will gar nicht wissen was passiert hätte! Wärte man den aufgeschnitten oder so! Da wäre bestimmt sonst was rausgekommen! Hä? Warum geh ich denn jetzt hier drauf? Das sind diese Pflanzen! Siehst du das nicht oder was? Ja ich seh das aber ich geh jetzt grad voll oft drauf! Amateur! Einfach Amateur geworden! Oh nein ich hab auf einmal eine ganz ganz komische... Irgendwas passiert mit meinem Körper grad! Oh! Hä? Was? Was ist denn da los? Das glaub ich nicht! Ja! Ja! Also der billige 31er Trick ne? Das ist der billige Trick! Das ist total perfekt! Ja okay okay! Ja das ist der... Das kann man nur machen wenn man auch den Blinddarm hat! Hahaha! So echt! Also... Digga! Dafür würde ich das nicht... Würde ich nicht mit 50 oder so mit mir den nicht rausgenommen oder sowas! Warum sollte der mit 50 rausgenommen werden? Dann kann ja sein dass der... Irgendwann muss der raus! Irgendwann muss der raus! Warum muss der denn raus? Wozu ist denn da drin? Irgendwann muss der raus! Wieso muss der raus? Hä? Wenn das... Wenn du irgendwann krank wirst und du so ne Blinddarmdings da hast dann muss der raus! Aber nur wenn ich krank werde! Naja... Kann der mal hier kommen? Das Ding? Yoshi ist das! Yoshi! Komm mal rüber hier! Yoshi! I-Shoi! Der heißt nicht I-Shoi! Das ist Yoshi! Der heißt I-Shoi! Kommt da! Jetzt kommt da! Warte mal du hast ihn gelongt! Warte! Kommt der jetzt hier? Ich verspüre auf einmal Blinddarmenergie! Die Blinddarmenergie... Jetzt! Du hörst jetzt sofort auf! Du hörst jetzt sofort auf dich darüber lustig zu machen! Also was denn hier passiert? Ich bin sehr froh dass ich keinen Blinddarm mehr habe! Ja okay! Warte ich mach kurz die Kakerlaken kaputt! Ich muss kurz auftreten! So dann geht man hier nämlich direkt aufs Denken rauf! Och mann! Was mach ich denn für Sachen hier? Ey nein! Och mann! Ich hab grad Angst bekommen weil die Pflanze rauskam! Ich hab's jetzt! Ich hab's jetzt! So! Hier! Und zack! Ich bin drüben! Ja ich hab's jetzt auch! Das kam nur durch meinen Blinddarm die Energie! Ja ich merk schon! Ich glaub wohl eher das negative Energie durch deinen Blinddarm! Ich würde das mal untersuchen lassen! Wenn ich du wäre würde ich heute Abend noch zum Arzt fahren! Warum das denn? Vielleicht stimmt damit ja! Du hast doch vor dem Video gesagt, ich hab Bauchschmerzen! Hab ich gar nicht gesagt! Das hätt ja mal sein können! Ich kann jetzt wenigstens ein paar Kaugummis runterschlucken wenn ich will! Kann ich auch! Als wenn ich das auch einfach nicht mehr kann weil ich keinen Winter mehr habe! Bei mir ist es dann wenigstens woanders! Das ist in dem dicken Sack der in deinem Bauch gefangen ist für immer! Für den Rest deines Lebens ja! Das ist ja schön das da drin zu haben! Ich kack das aus! Ne das wird verdaut! Anders verdaut! Der kann ja nicht irgendwann voll sein weißt du! Der ist voll! Der ist voll dann platzt der! Guck mal! Das sind diese Teile von Save! Bei Mario Kart die so runter kommen ne! Was? Diese Steinblöcke ne! Wie hieß nochmal die Karte dazu? Festung! Irgendwas so Festung! Bowsers Festung! Was das bedeutet wir sind jetzt fast bei Bowsers Bruder! Warte mal! Hier hinter der Tür vielleicht! Oh Gott! Warte mal! Hier gehen wir rein jetzt in den Zaubertrag! Oh mein Gott! Wieso geht das nicht? Ich bin hier oben! Dir fehlt der Blinddarm! Eigentlich bin ich ja leichter weil ich keinen Blinddarm mehr habe oder nicht! Ne ne der weiß genau der hat seinen Körper gescannt! Okay jetzt hat er! Und jetzt hat er! Sehr gut! Guck mal! Was ist das denn? Ist das nicht das Ding? Der kleine Bowser! Der Mini Bowser! Der schießt auf einmal! Der schießt! Wow! Mini Bowser oder so! Junior! Ich glaube der ist Baunser Junior heißt der glaube ich! Die Rainbow Straße! Von den Rainbow Friends! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Sieht das krass aus! Ist hier Mario Kart! Ey komm wir machen ein Rennen! Ja die Rainbow Strecke! Guck mal! Regenbogen Boulevard oder wie die heißt! So mein Dinger! Ja das ist meiner hier! Hey! Okay warte! Ich muss kurz abkühlen hier! Weil ich habe jetzt aus und für nicht das Konto! Oh mein Gott die sind zu schnell die Dinger! Okay dann machen wir jetzt ein Rennen! Ich bin bereit! Ich bin bereit! Zeige ich dir mal dass ich trotz mehr Gewicht ist! Okay! Bist du bereit? Wie wiegt der ein Kilo der Blinddarm? Keiner! Viel weniger! Das ist ganz klar! Drei! Zwei! Eins! Go! Oh! Ich leg gut vor! Ich leg gut vor! Nein! Bist du drauf gegangen? Okay ich glaube man kann so darunter durchfahren! Drei! Zwei! Eins! Du bist bei Eis los gefahren! Und ich bin runter gefallen! Bereit? Go! Go! Okay! Das Ding wird wahrscheinlich jetzt wieder runter fallen! Warten! Wir dürfen nur gerade aufpassen! Man slidet so ein bisschen nach links nach rechts und aufpassen! Oh! Jetzt habe ich die Steuerung raus! Oh! Jetzt durch! Jetzt hier wirklich Vollgas! Es geht um die Wurst! Oh! Oh mein Gott! Abkürzung! Oh mein Gott! Nein! Es ging nicht! Ja! Ich habe die Abkürzung genommen! Hau rein! Nein! Was? Ich habe die beste Abkürzung genommen auf der ganzen Welt! Nein! Ich habe die beste genommen! Ich! 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 So! Nein! Du hast geskippt! Nein! Das dürfen nur Leute mit Blinder machen! Ich habe gar nicht geskippt! Egal! Jetzt gar nicht was du meinst! Warte ich habe es gleich geschafft hier! Ich weiß gar nicht was du meinst! Ich weiß gar nicht was du meinst! Ich bin Erster geworden! Unglaublich Leute! Das gibt einfach! Ich bin Erster geworden beim Rennen! Tja ist halt wie es ist! Warte ich fahre ja gerade durch die letzten Ringe! Dahinten ist Bowsers Schiff! Dahinten ist Bowsers Schiff! Ja! Aber der hat doch einen Schloss oder nicht? Kitschgerät den hier entführt auf so einem Schiff fährt dann immer rum und das ist dahinten! Stimmt! Weißt du? Okay da vorne ist die Ziellinie! Ich bin jetzt was da! So mal komm ich jetzt auch mal raus! Nein! Nein! Ich habe leider so ein 1 PS Auto irgendwie geführt! Ja ich merke das schon! So jetzt hier können wir rein! Boop! Ich bin jetzt hier drin! Ich bin jetzt hier direkt bei dir! Wir sind hoch in the sky! Sagt er! Ach das fliegende Luftschiff! Ah! Oh Gott! Hier musst du ein bisschen aufpassen auf die Wolken! Die haben... Die sind... Oh mein Gott! Die sind schlecht gelaunt! Und hier ist wieder die Koopas wieder hier! Koopa? Die sind das andere Koopas ne? Ja die sehen ein bisschen anders aus! Stimmt! So okay! So! Au! Kupa! Der heißt ja nicht Zeus, sondern... Toys? Ne! Zeus! Der heißt nicht Zeus! Zeus ist ein Gott der griechischen Mythologie! Ja! Bei den Blitzen! Der hat mich grad voll geblitzt! Aha! Ich merke das schon! Du meinst wohl eher... Ne! Weißt du was der Blitz war? Hä? Wenn man da so einen Block bekommt oder nicht? Achtung mal! Was geht hier ab? Oh mein Gott ich bin voll schnell! Ich auch! Ich bin voll schnell! Ich bin aber schneller! Ich überhole dich! Ooooooh! Ey guck mal die Raketen! Oh mein Gott! Die Raketen haben so einen Hut! Stimmt! Alter ich laufe hier durch! Hier kann die Katze! Ich auch! Geschafft! Wir müssen dich auf den nächsten Regenbogen! Nächsten Regenbogen schaffen wir! Easy! Wieder ganz schnell! Wieder schneller! Und... Ich kürze ab! Ich auch! Achtung! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was? Alter! Ich bin aber zwischengesprungen! Das hätte gerade richtig böse enden können für dich! Ich weiß! Nein! 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 Weil ich mein weißes T-Shirt an habe und das so hell ist alles! Und ich sehe mich bei dem roten Regenbogen nicht, weil ich ein rotes T-Shirt an habe! Achso! Ja! Au! Irgendwie kann ich hier nicht schnell sprinten! Jetzt! Diese blöden Dinger hier! Jetzt habe ich mein Buch gefunden! Oh! Oh! Sprint! Sprint! Okay! Ich habe den nächsten Checker! Wo bist du? Ich komme, ich komme! Ich laufe gerade noch hoch! Ich muss hier gerade noch die Geschwindigkeit finden irgendwo! Und... Ich sehe dich gerade noch nicht! Wo bist du denn? Da ist sie! Okay! Ich komme hochgelaufen! Oh! Jetzt bin ich schnell! Jetzt bin ich schnell! Ja! Und jetzt geht's los. Ich komme. Wow. Alter. Nicht schlecht. Dann können wir hier kurz an den Bomben vorbei. Hey, wo bin ich? Ich bin hier unten. Warte. Das ist hier Only Blinddarm Area. Ah ja? Okay, sagst du Only Blinddarm? Kein Problem. Ja gut, okay. Alles, Achtung, vorsichtig jetzt hier. Was ist das? So fängst du heute Bomben oder was? Alter, jetzt ganz vorsichtig. Halt mal ab hier, ihr Fliegen. So. Und Achtung, Achtung. Was wollen die denn von uns hier? Die sollen mal abhauen. So, hoch hier. Ich weiß, hier können wir nämlich schön hochlaufen. Hochlaufen. Ja, 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 ja. Wohu. Sprinten. Sprinten. Alter, jetzt sind hier aber auch viele Schiffe auf einmal. Ey, hier sind echt mega, mega viele Schiffe von dem gerade. Aber wo ist jetzt hier der Roseb? Oder wie der hieß. Das weiß ich auch nicht. Der muss doch hier irgendwo noch rumgeistern. Vorsichtig. Hier lang. Keine Raketen berühren. Oh mein Gott, das viele und schnell. Geben wir die Richtigkeit gerade? Ja, ne? Oh mein Gott, ich glaube ja. Ich weiß nicht genau. Ich glaube ja. Okay, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Das ist easy, das ist easy hier. Komm schon. Rüber, rüber, rüber. Da, da. Alles gut, alles gut. Okay. So, Abfahrt. Was glaubst du, ist am Ende des Regenbogens? Abfahrt jetzt Vollspeed. Und rüber springen. Okay, warte mal, kommt nicht was rüber. Warte mal, hier hoch. Hast du Lust, Jana? Sehr gut. Ich hab, so, hier über diesen unsichtbaren Weg. Oh Gott. Okay, dann gehen wir mal ganz entspannt lang. Oh Gott, der Glasweg. Man erkennt den ja kaum. Man erkennt den echt kaum, ne? Man erkennt den echt gerade kaum. Gut rüber. Und jetzt hier über den hier. Ich bin direkt hier auch am Start. So, vorsichtig. Ich glaub, wir haben's gleich. Ich glaube, wir haben's gleich. Speed. Oh Gott, sehr schön. Und rein in den Wald. Was ist denn das? Bam. So ein Bambuswald. Oh mein Gott. In so... Oh mein Gott, da muss man immer seinen Eingang finden, oder wie? Jetzt. Ich glaub, da muss man so einen Eingang finden. Man kann da hochklettern. Man kann da hochklettern. Da rein. Ich seh's auch gerade. Können wir nämlich einfach nochmal weiter hochklettern? Und rüber. Alter, der Bambus-Urwald auf einmal. Geht in den Regenbogen. Das ist der letzte Regenbogen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, der letzte. Okay, ich geh dann auch hoch. Hä? Wie geht das? Der läuft hier ganz komisch. Ich muss springen, muss springen, muss springen. Ich auch, ich auch, ich auch. Ich hab gesprungen hier. Oh! Und um bist du aber immer ganz schnell. Pass auf. Oh Gott. Oh mein Gott. Ja, und jetzt hier schnell rüber. Okay, ich bin ja... Oh mein Gott, der droppt hier irgendwelche Bomben. Der droppt hier irgendwelche Bomben. Ja, da musst du aufpassen, muss aufpassen. Oh Gott. Oh, der hat mich voll erwischt. Mich auch. Der hat mich voll erwischt hier mit den Bomben. So, nochmal jetzt hier. Oh mein Gott, aufpassen. So, jetzt hier schnell, 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 Kollege. Nicht auf mich. Nicht auf mich. So, jetzt. Und rein in die Röhre. Von Pilz zu Pilz hier. Oh Gott, oh Gott. Ui. Oh, oh, oh. Weiter, weiter. Weil es ist dauert mir ein bisschen zu lange. Ich skipp jetzt hier einfach mal. Ich skipp jetzt auch hier. Also, ich will jetzt hier zu Bowser. Bowser will mich ja auseinandergenommen. Ich will den auch mal sehen. Oh mein Gott. Ja, jetzt kommt der gleich. Bowsers Festung. Ich hab so ein Gefühl. Ja, ja, guck mal. Hier hast du deine Elektro-Sachen, ne? Wir können jetzt diese rüberspringen. So. Und rüber hier. Okay, gehst du rein hier beim Bowser? Ja, rein hier und. Alter, und da vorne. Da vorne musst du reingehen. Da ist es, da ist es. Da ist es, gar nicht hier. Ja, da können wir jetzt reingehen. Alter, das wird jetzt richtig cool. Ich bin so gespannt, was da jetzt kommen wird. Und rein hier. Oh, ja. Oh. Guck mal. Oh mein Gott. Wir mussten gar nicht gegen ihn kämpfen. Wir haben ihn alle eingesperrt. Peach und Toad. Guck mal, hier sind auch so Mario. Und hier heult er. Selbstschuld. Sehr gut, Kaspar. Wir haben es geschafft. Juhu. Bei dich, Kaspar. Oh mein Gott, das ist eine Schlange. Oh mein Gott, da hinten die Höhle. Guck mal nach hinten. Ich sehe es, ich sehe es. Alter, die ist richtig krass. Die ist richtig krass. Oh Gott, Kaspar. Oh mein Gott, die beißt mich gleich die Schlange. Lauf schnell hier rüber. Alter, warum wackelt das hier so jetzt? Oh mein Gott, die ist die ganzen Sch- Oh mein Gott, die habe ich gleich. Ich sehe es gerade. Nein. Was? Au. Die habe ich gebissen. Alter, ob sie die Schlange direkt geholt hat. Wie geht das denn? Diga, die war so hart so schnell. Wie hätte man gegen die ankommen sollen? Sag mal. Alter, die ist doch hinter mir. Die ist doch hinter mir, ne? Alter, warum ist die so? Hau ab da, du blöde Hörer. Die ist richtig schnell, Alter. Die ist doch hinter mir. Oh oh. Alter, ich weiß, die ist übel. Ich weiß auch nicht, wieso die so schnell ist. Okay, ich glaube, wir haben gerade auf jeden Fall perfekt den Weg rum. Ja. Oh nein, muss ich mich gedrucken? Nein. Okay, ich habe hier einen Checkpoint. Oh mein Gott, okay, ich komme, ich komme, ich komme. Warte. Ich kann sie nicht ran. Oh mein Gott, Leute. Das hätte ganz böse ausgehen können. Ich sehe dich, Kaspar. Wurde mich drucken? Halt dich. Nein. Oh mein Gott, war das knapp, Alter. Die war einen Millimeter hinter mir. Okay, lass mal kurz gucken. Da vorne sind einfach die Pyramiden, oder was? Was ist denn hier los, Leute? Guck mal, einfach mitten in der Wüste auf einmal. Alter, sind wir einfach gerade in Kairo. Wie cool ist das denn? Ja, aber guck mal, wie krass das auch aussieht. Ich habe da hinten auch so einen Schneeberg gesehen, mitten in der Wüste. Ein Schneeberg. Wie geht denn das? Du hast einen Schneeberg gesehen? Was? Okay. Ja, hinter der Pyramide ist so ein riesiger Mount Everest. Wo müssen wir denn überhaupt lang? Wie denn? Da hinten sind Skelette. Ich sehe da Skelette auf dem Boden. Ja? Glaubst du? Ja. Ja. Hier rechts. Sie, guck doch mal. Oh mein Gott, ich sehe es gerade. Da sind ja echt Skelette. Ah, ja, hier müssen wir hin. Ah. Hier ist der nächste Checkpoint oder so, ne? Oh mein Gott, und da kann man jetzt runterfahren? Glaubst du, dass uns die Schlange noch irgendwann mal wieder begegnen wird, Kaspar? Alter, ich glaube ja. Das war ja so eine Riesenschlange. Das ist ein Basilisk war. Weißt du, so ein Riesenteil. Oh, was? Ja. Oh. Hä? Achtung. Oh. Wir gehen nach unten. Ja. Hä? Kann man auch einfach runterspringen? Ja. Haha. Abkürzung. Au. Was ist los? Aua. Äh, hättest du nicht runterspringen dürfen oder was? Ich glaube nicht, nein. Hier ist ein Checkpoint. Hier können wir jetzt auch so eine Leiter hochklettern. Okay, warte. So, ich bin jetzt hier bei dir. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, jemand hat mich gedingenst. Nein. Ich wollte dich runter trollen. Ey. Oh nein. Oh Gott. Oh mein Gott. Au. Nein. Die habe ich erwischt, diese Kugel. Oh mein Gott. Ey, musst du richtig aufpassen jetzt, ne? Du musst ja richtig... Ja, ja, wir müssen den Weg da so weiterlaufen. Ah. Ich bin in die Lava gefallen. Ey, nein. Oh nein. Hey, wo geht denn das lang, Alter? Wo müssen wir denn langlaufen, hä? Hier rechts ist ein Ding. Ich hatte auf der Rollbahn. Muss man auch. Oh Gott. Ey, nein. Du musst jedes Mal auf diese Teile rauf gehen. Auf die Steine rechts. Guck mal, hier laufen. Und jetzt? Ja, und jetzt? Hier rauf. Oh. Alter. Okay. Da kommt noch eine Kugel. Pass auf. Oh mein Gott, ja. Gut, dass du es gesehen hast. Ey, du hast mich aufgehalten. Was soll das? Ey, ich habe es gesehen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Oh mein Gott. Ich helfe dir auch noch. Ey, ich habe es geschafft. Und hier ist so ein Schlangenmund. Ey, das ist so unkorrekt. Nein, du willst nicht wissen, wo ich draufgegangen bin, Alter. Wieso? Im Schlangenmund. Weil da noch eine Kugel kam. Ich glaube es nicht. Die ist auf mir rauf. Ey, Mann, Alter. Die schubsen mich alle runter. Was soll das? So. Vereilung. Alter. Alter. Los. Oh, oh. Ey, nein. Ey, Mann, ey. Der hat mich nicht aufgehalten, der eine. Das ist total herzlich jetzt hier. Ich glaube es nicht. Was machst du denn? Oh, nein. Jetzt ganz schnell. Oh, oh. Also wirklich, die Kugeln kommen so schnell, ne? Ja, ja. Die kommen wirklich schnell. Schnell. Weiter und rauf. So. Ruhig, ruhig, ruhig. Und weiter. Und rauf, rauf, rauf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und weiter jetzt, Shell. Oh, oh. Und noch mal rauf. Zu sich ein, halt einfach. Oh, ich spring zuerst, okay? Ich spring zuerst. Ja, spring du, spring du. Und los. Oh mein Gott. In den Schlangenmund. Oh Gott, okay. Alter, das war knapp schon wieder. Die Kugel kam da gerade schon. So, endlich haben wir das dann wieder geschafft. Sehr gut. Und jetzt müssen wir irgendwie... Was ist denn jetzt los? Hier rein oder was? Oh, ja. Was haben wir rein? Okay, und jetzt... Aua, ich wurde aufgefuttert von der Schlange. Alter, die Schlange ist hinter mir. Okay, nochmal. Die Schlange. Oh, oh. Nicht hier reinspringen. Warte, hier. Gar nicht gut, Leute. Die Schlange ist direkt hinter mir. Oh Gott. Oh Gott. Alles ist gut, Kopri. Kopri. Oh Gott, oh Gott. Kopri, lass uns in Ruhe, bitte. Alter. Oh mein Gott, das war so ein Sebel da. Die schnappt richtig zu gerade. Oh, oh. Oh mein Gott, ich hab den Checkpoint. Die kommen ja nicht weiter. Die ist ja nicht weitergekommen. Oh, wieso sind die Checkpoints auch so hardcore weit auseinander? Da hinten bist du. Ich weiß, Kaspar, beeil dich. So, hier geht's schon irgendwie weiter mit so komischen... Alter, wie die auch aussieht. Okay, hier irgendwie so Schilder oder was sind das? So Pilze. Steinpilze. Pilze? Was redest du? Genau wie Pilze. Nein. Oh. Hier müssen wir hier lang. Oh. Wir haben noch ein bisschen an Squid Game hier. Glass Switch. Oh Gott. Bisschen so Squid Game. So, jetzt hier schön über alle Teile rüber. Easy aber, ne? Ganz easy. Die haben auch die perfekten Abstand, dass man hier nicht runterfallen kann. Oh nein. Okay. Hier muss man... Hier muss man locker sich immer richtig entscheiden, oder nicht? Als wenn das die Aufgabe ist hier. Ich will jedes Mal richtigen Weg. Wollte ich nur so gesagt haben. Jedes Mal ist mein Weg richtig. Ja, es ist alles richtig. Oh mein Gott, die Wände gehen zusammen. Ich seh's grad. Alter, wie gut, dass wir uns... Alter. Oh mein Gott, Alter. Gut, dass wir so schnell waren. Ich weiß, ich weiß. Es ist gut, dass wir uns beeilt haben, ne? Okay, wo geht's? Ja, Mann. Ohne es zu wissen, okay. Oh, hier sind so Spikes an der Decke. Okay, was haben wir jetzt hier? Oh nein. Sieht auch aus wie so ein Weg, wo eine Schlange einen verfolgt. Ja, Mann. Oh, oh. Irgendwie so eine baselige Straße. Nein. Was ist das denn? Eine Trophäe? Ja. Oh mein Gott, nein. Oh, oh. Nein, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Oh mein Gott, du hast Licht. Oh mein Gott, die Höhle. Oh, oh. Lauf, 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 lauf. Gar nicht gut, gar nicht gut. Oh nein, oh nein, oh nein. Schlecht. Gar nicht gut. Kommt die, die kommt, die kommt. Oh mein Gott, die beißt die Schatten schon an mir. Die kommen nicht weiter. Oh mein Gott, Alter. Die hat mich jetzt grad fast durchgekommen. Ich hab's gesehen. Alter, das ist knapp. Okay, hier sind schon wieder Skelette. Was ist denn jetzt hier los, Leute? Einfach so ein Skelett. Ich hab irgendwie das Gefühl, als würde die Decke langsam runterfahren. Aber das kann ja eigentlich nicht sein, oder? Dann würden wir ja zerquetscht werden. Ja, ich weiß. Hast du recht. Okay. So, jetzt mal ganz kurz hier. Oh. Jetzt hier schon, jawohl. Checkpoint, ne? Jetzt geht's hier weiter, oder was? Ja. Oh nein. Da ist schon wieder so ein Höhleneingang. Was ist da? Oh, oh. Wie war's für ein Höhleneingang? Oh, oh. Ja. Und? Äh? Was denn? Ich bin einfach draufgegangen. Ich bin einfach draufgegangen. Aus dem Nichts, oder was? Das ist nicht dein Ernst. Was ist? Huh. Du hast mich gedingenst. Getrollt. Schon zweimal. Du hast mich geholt, ey. Schon zweimal. Alter, ich hoffe, die Schlange holt dich jetzt. Ich hoffe, die Schlange holt dich auch, ey. Ich hoffe, die Schlange holt dich. Ich hoffe, die Schlange holt dich. Ich hoffe, sie holt dich. Ja. Ja. Du hast dir doch irgendwas gekauft. Ja, hab ich auch. Was denn? Aber die Schlange holt mich trotzdem. Was denn? Hä? Du kannst Leute trollen, wenn du neben einem läufst. Äh. Ja, aber warum? Hast du gemacht, dass die Schlange schnell ist, oder was? Digga, du willst nicht wissen, wo ich bin, na? Wieso? Haha. Digga. Na, wo bist du denn, hä? Ja, wo bin ich wohl? Ich bin bei diesem blöden... Ich bin noch nicht mal... Bin das ein Checkpoint, oder was? Nein. Hast du nicht gekauft, oder? Hast du... Bro, wie unkollt. Weißt du, wo ich bin? Weißt du, wo ich bin? Hahaha. Das ist nicht dein Ernst. Ja. Digga, weißt du, wie weit die auseinander sind? Ich bin da, wo man in diesen Lüftungsschacht reinspringen muss. Also, ich hab auf jeden Fall nichts gekauft. Ich weiß nicht, warum du da hinten bist. Digga, wieso bin ich da, wo auch ein Lüftungsschacht... Auf jeden Fall hab ich hier gewollt, yeah. Oh, Mann, ey. Ähm, Kaspar? Äh, was? Ich bin gar nicht da. Ich bin hier, ich bin hier hinter dir. Ich war das gar nicht, sag mal. Ich war das gar nicht. Wolltest du etwa hier grad die Sängerin, guck mal, die hier unten, die wir heute hier auch gespielen, Ice Spice, wolltest du die grad ersetzen, oder was? Ja, ich wollte grad ein bisschen singen, sag mal, lass mich doch mal. Ah, okay. Oh Gott, er sagt, hier geht er aus dem, aus dem Gebäude raus, sagt er, bevor Ice Spice übernimmt. Oh, okay. Du musst mich ein bisschen aufklären. Wer ist diese Ice Spice? Ice Spice ist so eine neue Rapperin, die ist so richtig bekannt in Amerika. Und wir sollen anscheinend heute probieren, aus ihrem Haus oder was auch immer wird sie oder sie im Studio hier zu kommen. Oh Gott, guck mal da. Sie liegt deswegen auch Eis auf dem Boden. Hat das damit was zu tun? Ja, kann man eigentlich so genau sagen. Oh, guck mal, wie die aussieht. Also, eigentlich sieht die freundlicher aus. Die sind voll gruselig, Alter. Ich weiß nicht, ob die ist heute nicht so gut gelaufen. Soll ich mal vormachen, wie die Musik sich anhört von der? Mach mal, zeig mal. Ah, 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 was ist denn genau so? Nee, ich glaub, so klingt die nicht. Ich glaub, so klingt die nicht. Guck mal, da ist schon Cena rechts. Oh, stimmt, mit dem Eisenhardt. Oh nein, die Tür ist verschlossen für den anderen Ausweg. Okay. Hier oben, sag mal, also wirklich noch offensichtlicher, aber das kann's ja nicht sein. Das war echt sehr offensichtlich, muss ich sagen. Das war extrem. Oh nein. Was ist hier? Okay, geh du mal deinen eigenen Weg. Ich geh mal hier lang. Ja, ich guck gerade hier schon. Oh mein Gott, ich hab den Ausgang. Ich hab den Ausgang. Niemals. Ich hab den Ausgang. Ich hab den Ausgang. Tja, mich kannst du nicht veräppeln. Guck mal, da ist sie. Da macht sie gerade Selfie. Hallo. Okay. Oh, verdammt, nein. Weiter geht's jetzt hier auf jeden Fall. Ich seh gerade, dass sie vorne hat. Warte mal, du hast es übersehen. Du hast es übersehen. Das ist nicht übersehen. Nein. Guck mal, hier oben der Lüftungsjahr, da hätten wir auch rausgehen können. Hä, so? Hä? Wird er kürzen können, oder was? Hä? Kann man den aufmachen? Au! Ich weiß nicht, ob man den aufmachen kann. Das ist ja voll komisch. Wiss ich auch nicht. Okay, dann weiter geht's jetzt hier. Was ist das denn? Na gut. Was ist das denn da? Eine Fliegenklatsche. Kann man die nehmen? Nee, das ist hier so ein Kamm. Das ist so ein Kamm für die Haare. Für so ein Afro. So ein Kamm ist das. Nein. Nein. Oh Gott, ich dachte gerade. Oh mein Gott, hatte ich das auch gerade. Aber ich kann es nicht nehmen. Okay, kein Problem. Na gut. Okay, komm, warte geht's hier. Schon wieder Eis. Also, ich glaube, die mag Eis ziemlich gerne. Die mag Eis, glaube ich, extrem, extrem gerne. Aber da hast du sie wieder. Da hast du sie wieder. Oh, stimmt, stimmt. Wie heißt der Song, den wir gemacht haben? Kannst du den mal vormachen? Es gibt so einen Song, der heißt so Boys a Liar. Ja, ja, doch, habe ich schon mal gehört. Ja, das ist ein guter Song. So, das wird es dein erstes Puzzle für die Knöpfe, um die Türen zu öffnen. Oh, okay. Guck mal hier. Da trinkt sie, glaube ich, gerade Capri-Sonne oder so, ne? Ja, stimmt, stimmt. Okay, dann, oh nein. Links oder rechts. Oh, oh mein Gott, Alter. Oder hier? Ja, es war knapp. Okay. Hier, links. Ja. Hä? Und Knopf gedrückt. Zack. Sehr gut. Und auch Knopf gedrückt. Ja. Ja, dann hier auch nochmal, oder was? Anscheinend. Hä, da sind so Diamanten. Und die auch nochmal drücken. Oh Gott, oh Gott. Und raus hier. So, sehr schön. Und jetzt ist die Tür offen. Ja, jetzt ist die Tür offen. Ja, auf und raus hier. Oh nein, da lass sie rum. Alter, die ist voll wütend. Lass mich in Ruhe. Eis, beiß. Oh, kein Eis. Oh Gott, oh. Eis, beiß. Die sieht sehr, sehr böse, aber gerade aus. Da gibt es jetzt vieler. Oh Gott. Ist die noch hinter uns? Weg hier, weg hier, weg hier. Okay, lass sie über die Basketwelle rüber. Da drüben ist sie. Ich seh sie gerade. Oh, da ist schon wieder ganz viel Poster von der. Ey, guck mal, die hängt hier im Basketballkorb fest. Bestimmt. Hey, ich werde dich essen, oder was sagt sie? Auf gar keinen Fall. Oh Gott. Kein Fall. Oh Gott, jetzt sind hier noch so ein Laser, ne? Aufpassen. Lippenstift. Oh Gott. Ja, Lippenstift auch noch. Den dürfen wir doch nicht berühren. Ne, warte mal, ich kürze mal ab hier. Oh, nein. Ja, hat wohl nicht so gut funktioniert. Ja, ja, hat nicht so gut funktioniert. Okay, dann musst du auf jeden Fall hier rüber springen. Also wirklich, hier hast du das denn da rüber geschafft. Ich will schon wieder drauf sagen. Uff. Ey, nein. Du musst halt ganz vorsichtig sein. Du musst ja richtig vorsichtig sein. Zum Glück habe ich hier einen Checkpoint jetzt gerade bekommen, ne? Wo bist du? Schaffst du das auch? Ja, ich habe auch Checkpoint. So, zack. Ah, okay, ja, gut. Ja, und dann ist es einfach. Ja, das ist mega einfach. Pass auf, hier sind so Kamm auf dem Boden. Ja, ich dachte, wir sollen auf den Kamm rauf. Nein, du darfst dich nicht berühren. Die sind doch spitz. Finde einen Weg nach oben, die Brücke zu heben. Okay. Ah, locker hier oben. Warte mal, was liegt da oben? Liegt da irgendwas? Da hinten ist ein Knopf. Ein Knopf ist da. Ein Knopf ist da. Ich glaube, damit können wir, glaube ich, die Brücke so hochheben, ne? Ja, hochfahren. Okay, okay. Okay, hier vorsichtig. Ganz entspannter. Oh, das ist... Ja, fertig hoch. Das ist schwer heute. Was ist das? Heute bist du nicht so am Start, ne? Also meine Brücke ist jetzt schon oben. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ja, ich muss hier nochmal auf den Knopf drücken. Okay, du schaffst das jetzt. Alles gut, so, zack. Oh, drüber. Ja, ja. Läuft doch. Alles klar, okay, dann hier nach links. Oh mein Gott, hinter uns. Hinter uns. Schnell, lauf weg. Da ist sie. Nein, sie hat mich geküsst. Die hat mich geküsst auch, gegessen. Was soll das denn? Wo sind wir? Abhauen, abhauen, abhauen. Wo bist du? Oh, jetzt, oh Gott. Ich habe mich auch wieder geküsst, die Große. Nein. Ach, da bist du. Oh, okay. Wir wurden gegessen, leider. Ja, krass. Okay. Verdammt. Hier ist die Herzschlag. Oh Gott. Wo sind wir hier, bitte schön. Ganz vorsichtig, dass wir hier rüber gehen. Okay, pass, pass, pass. Okay, ich glaube, wir dürfen die Dinger... Ja, alter, es sah so aus, als ob man die nicht berühren darf. Und an der Sicht ist, dass der Boden ja kein Problem ist. Oh Mann, okay, okay, okay. Okay, kein Problem jetzt hier. Ich habe den nächsten Checkpoint. Und den nächsten Rektion wieder. Oh Gott, okay. Und so. Guck mal, hier richtiger Profi jetzt gerade. Aber echt. Was sind das hier für grüne Teile? Gerade läuft ziemlich gut. Das ist, glaube ich, Eis. Okay, wir geschmolzen. Vielleicht Mentors in grün oder vegane Mentors. Keine Ahnung. Was ist hier unten? Hier unten ist das schon... Ah! Nein! Hä? Oh mein Gott! Hä? Was? Wo bist du? Ich habe abgekürzt oder so. Was? Ich bin dann viel schon hier unten. Was? Du bist eigentlich abgekürzt. Ich komme hier schon raus hier unten. Da einfach ein Unfall. Ah! Ja! Das ist ja gut. Ey, das ist halt richtig komisch. Weißt du, ab und zu muss man auch mal Glück haben mit sowas. Ja, ja. Merkt das schon. Oh Gott. Hä? Oh Gott, ich dachte gerade. Aber wir können ja manchmal durchlaufen. Ja, okay. Ohne Problem. Wo sind wir denn jetzt hier? Äh, das sieht aus wie... In den heiligen Hallen. Das sieht aus wie so ein Herz. Ich höre sie hier rechts, oder nicht? Ja. Ja. Oh mein Gott. Ich glaube, die sind da mehr oder so, ne? Muss ich hier links laufe? Hier links! Ich habe den Ausgang schon. Bei mir, bei mir! Wie, die hast du den Ausgang schon? Hä? Ich habe auch einen Ausgang. Wieso, was sind wir eigentlich? Da ist deiner falsch. Äh! Nein! Du hast recht. Hier war eine Sackgasse. Die bin ich in die falsche Ecke gelockt. Jawohl, ey, hier ist einfach ihr Darm. Ey, wir kriegen gleich sogar in vier Minuten irgendwas gratis, ne? Das sehe ich gerade oben. Ich bekomme das sogar schon in einer Minute 40. Oh Gott. Ich wollte ja nur was sagen. Iiiiih! Sind das Würstchen, oder was? Vorsichtig, nicht ausrutschen auf der Bremsspur. Ne, bloß nicht. Das wäre sehr, sehr ekelhaft, ne? Das hier. Immer noch so kleine Streifen, Kackstreifen. Rüber hier. Oh Gott, schnell, das stinkt ja auch. Oh! Oh! Ja, ich habe das berührt, bro. Ich bin für immer verstrahlt. Du hast es berührt, das ist ja ekelhaft. Oh nein! Oh nein! Okay, jetzt aber. Ich kann gar nicht gegen ankämpfen. Okay, hier müsst ihr, glaube ich, durchgehen, ne? Oh nein, sag ich nicht, wir werden hier... Ausge... Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Wo sind wir denn jetzt? Hinter uns! Alter, ist die schnell! Lauf! Was ist mit der los? Die hat einen ganz schlechten Tag. Die sprintet ja übertrieben jetzt gerade. Die TikToks kommen nicht mehr gut an. Nein! Verdammt, ey! Lass mich in Ruhe! Geh mich geholt! Okay, ich hatte einen Checkpoint. Ich sehe, wie ein Zombie ist die. Hui! Wow! Geschwindigkeitsprofi! Und hier geht es auf jeden Fall noch weiter, ne? Zack! Guck mal hier, wie gut wir am Start sind. Alter! Und oh! Hier schön über die ganzen Teile rüber springen, ne? Oh, ein Problem auf jeden Fall. Also das ist ja eigentlich ziemlich, ziemlich easy, ne? Hier auch über die Steine rüber. Alles mega entspannt hier, ne? Alles mega cool. Wo die lebt, sag mal. Wie alles von der Lava? Ich glaube, ich weiß auch nicht. Die sieht auf jeden Fall echt sehr, sehr verrückt aus. Okay, jetzt bin ich auf der Regenbogenbrücke. Alter, wie ist das da? Krass aus. Haben wir hier so eine neue... Sieht aus wie eine krasse. Warte, 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 warte. Oh Gott, hast du schon aufgedrückt? Okay. Oh nein! Guck mal, ich habe jetzt ein Gratis-Item. Ich drücke drauf. Okay, was kriegst du? Wow! Was? Wo bist du? Was habe ich jetzt gerade bekommen for free? Ich springe hoch, guck mal. Was? Nein! Das heißt, ich kann einfach hier rüber... Ich kann hier rüber springen. Hä? Hä? Ich komm. Wo bist du? Oh Gott, die kommt auch. Du musst ja nicht an den Knopf drücken. Der Bettel, der Bettel. Oh Gott. Halt hier. Okay, schieß auf sie rauf. Ja, ja, okay, okay. Alter, die hält ja mega viel aus. Du kannst Geduld halten. Ja, okay, okay, okay. Ich sehe es geil. Das ist die Eiskalore. In zwei Minuten kriege ich auch gleich rein, mein Item. Lass mich in Ruhe. Die platzt gleich. Nein. 400. Alles prall ab. 300. Alles prall ab bei mir. 100. Buh. Wie, wie ist es bei dir schon drauf gegangen? Hä? Bei dir noch nicht? Du bist ja mega lahm. Wo schießt du rauf? Wo schießt du rauf? Auf den Kopf? Hä? Bei dir noch eigentlich nicht? Ich habe dir noch bei nur 1800 Leben. Du kannst gedrückt halten, ne? Du kannst gedrückt halten. Mach ich ja. Mach ich ja. Mach ich ja. Achso. Ich schieß mir drauf da bei deiner. Vielleicht bringt das was. Schieß rauf. Schieß rauf. Noch 700. 600. 500. Weiter so. Weiter so. Ey, du machst schon wieder diese Schutzblase. Bei mir ist die unsichtbar. Du hast schon wieder diese Schutzblase aktiviert. Die sind aber die gar nicht aktiviert, ne? Ne. Was für eine Schutzblase. Ich kriege sie auch mehr Leben. Okay, jetzt hat sie 300. 200. 100. Jetzt hast du sie. Jetzt hast du sie. Sehr gut. Was ist mit dir passiert? Oh, ich kriege in 50 Sekunden leicht mal ein neues Item. Und wir können ja einfach Helikopter fliegen, oder was? Alter, und das Item, was du bekommst, ist richtig, richtig cool. Komm, zeig mal. Aber vielleicht kriege ich ja ein anderes Item, als du. Oh, kann auch sein. Das wäre eigentlich voll interessant, ne? Okay, ich steig mal ein, jetzt hier. Einsteigen und? Yo. Wo haben wir? Oh mein Gott. Wir haben Lucky Block bekommen. Ja. War du bereit? Wo ist ich denn gekommen ab? Yo. Was ist das denn? Ich habe einen Slater bekommen. Ich habe eine Fortnite-Karte. Guck mal, Fortnite. Ey, wie uncruel. Fortnite, Fortnite. Warte, hier ist noch einer. Geh mal hier mit deiner Fortnite-Karte in die Kugel rein. Fortnite. Ey. Ja, das war's. Alter. Warte, in 10 Sekunden kriege ich mal ein neues Item. Nein, meine Fortnite-Karte ist weg. Jawoll. Und hier kommt euer Lucky Block jetzt für mich, ne? In 5 Sekunden fühle ich gerade. Ey, jetzt hole ich mir was, was du jetzt bereuen wirst, Kollege. Hast du ihn oder hab ich ihn? Boah. Nein. Hä? Du hast ne Portal-Gun. Das war's mit dir. Ey, jetzt ist die weg. Ja. Warte, ich hab ne... Oh, okay. Ich hab ne Speed-Coil bekommen. Na gut. Okay, auch nicht schlecht. Juuu. Und Körper. Nicht, 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 nicht. Oh Gott. Wieso? Was ist los? Was ist los? Okay, um Gottes Willen. Was ist mit der denn los? Aber weißt du, wer schuld ist? Und zwar hier. Da oben, der da sitzt. Mr. Brain. Alter, was? Der sieht ja aus wie ne Ratte. Das ist auch so ein Ratten-Gesicht, Kopf. Alter, das ist ne richtige Ratte, der Typ. Der ist richtig komischer Typ, ne? Und bitte, warte mal, bevor wir losgehen, wir können ja in den Shop reingehen und können jetzt uns hier anscheinend einen Blick verheiraten. Okay. Sagen wir, jeder kauft sich drei Sachen, okay? Jeder kauft sich drei Sachen? Okay, dann kaufe ich einmal ganz kurz das hier. Das wollte ich nicht mehr passen, wie bei Casper. Das ist echt trollen hier, ne? Dann hole ich nochmal das hier, ne? Auf ganz entspannt. Und jetzt hole ich noch eine geheime Sache, die wirst du niemals... Wieso? Was meinst du? Wirst du niemals kommen? Okay, jetzt holst du auch grad die dritte Sache. Okay, hier hast du drei Sachen geholt. Guck mal, ich hab ein Haustier gratis geschenkt bekommen dafür, dass ich hier so viel Geld ausgegeben habe. Ich auch. Guck mal. Bin gespannt, was du für deine Sachen geholt hast. Ja, nasser Boden. Ich würde sagen, ich zeig das gleich mal. Ich zeig gleich mal meinen ersten Gegenstand. Oh Gott, okay. Und ja! Okay, ich bin drüben. Checkpoint, auf entspannt. So, jetzt guck mal her hier. Guck mal her, ich zeig dir das jetzt mal. Was denn? Oh, guck mal. Alter, dein Pet hat eben gerade Feuer gespeit, dein Drache. Hast du das gesehen? Ja, der macht die ganze Zeit schon. Ah, läuft. Was ist denn das? Guck mal jetzt hier. Ein Alien-Shop. Oh mein Gott, was hast du gemacht? Alter. Du hast dich in die Luft gejagt. Ich hab dich komplett gestört. Warte mal, nochmal, nochmal, nochmal. Guck mal, jetzt hab ich das weg. Au, hör auf. Was machst du? Ich hab dir auch gekauft. Aber jetzt ist dein Pet auch weg, ne? Ja, stimmt. Und guck mal, jetzt ist der Typ da hinten. Bam! Oh mein Gott, okay, kein Problem. Nein, guck mal, hier, komm mal zurück. Guck mal, hier ist der Typ, der Bademeister hier. Ich komm zurück, was ist denn? Der hier, guck mal, wie der guckt. Ja, ich weiß. Der hat es komplett von uns geholt. Er müsste jetzt hier, glaube ich, durchgehen, das dann berührt machen. Oh Gott, vielleicht doch nicht. Sackgasse. Hier vielleicht? Das ist alles Sackgasse, alles Sackgasse. Ey, ich bin bis jetzt in jede Sackgasse reingelaufen, ne? Sackgasse, Sackgasse, Sackgasse. Ey, das kann doch nicht sein. Jetzt hab ich's. Ja, hier ist der Ausgang. Ja. Ja. Wow. Die Karte kaufen sollen, okay. Guck mal, die springt ja schön rüber, schön. Ah! Alter, das macht richtig viel Spaß. Ey, was hast du denn noch geholt? Gar nichts, gar nichts. Was hattest du da gerade? Was war das? Vielleicht. Ich mein, ich hatte hier so, wenn man... Oh! Ich hab auch einen. Oh mein Gott, hast du's rüber geschafft? Ey, ich geh direkt auf die Felder drauf. Sackg mal. Als wenn du's so geschafft hast. Pass auf, pass auf, wie ein Profi mach ich das jetzt? Oh! Let's go! Und runterspringen, und runterspringen. Lass fallen. Wow! Nicht schlecht. Nicht schlecht. Sag mal! Ey, ich hab den Checkpoint nicht bekommen. Nein, weh, ich hab ihn nicht bekommen. Ich wollte die... Ich wollte die... Ja, ich hab ihn bekommen. Wieso hast du den bekommen und ich nicht? Hi, hi, hi. Was? Was hat Sven? Niemals! Niemals hast du das... So ein Karma. Oh nein. Ah, oh mein Gott, ich bin oben rübergesprungen über die Rakete. Ja! Oh mein Gott, wir haben drei... Wir haben wirklich eins zu eins die gleichen Sachen gekauft. Ja, als ob. Sven, guck mal, wie krass. Guck mal. Ich kann dir die Sachen alle einfärben. Ich bin gerade runtergefallen. Wie einfärben. Ich kann dir... Wie krass das denn? Ich sag gerade hier alles einfärben. Lol. Dafür sind die gut. Egal, wo ich hinfeuer. Oh mein Gott, das ist alles grün. Ich hab jetzt gerade... Ah nein, ich geh schon wieder drauf. Das kann ja jetzt nicht sein, Bro. Oh nein. Okay, wir müssen jetzt ein bisschen mehr fokussieren. Wir müssen ja immer noch von Mr. Brain entkommen. Oh nein. Ah! Wehe, ich hab ihn nicht bekommen. Wehe, ich hab den Checkpoint nicht bekommen. Du hast ihn nicht bekommen, ne? Ich hab ihn bekommen. Ja! Okay, Glück gehabt. Glück gehabt. Oh! Der in der Mitte ist richtig. Der in der Mitte ist richtig. Yeah! Nein! Hast du das gesehen? Wo fährt der denn hin? Oh nee, ey. Los! Ah! Das ist... Ah! Du Atti! Du, pass mal auf. Jetzt zeig dir mal, wie ein Profi das macht. Okay. Pass auf. Okay, dann zeig her. Ich bin sehr gespannt. Ja, so. Wo schießt du hin, ha? Als wäre das hier... Als wäre das irgendwie... Aha! Aha! Der hier ist also... Oh mein Gott! Und jetzt der hier... Ja! Yo! Wow! Oh! 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 Ja! Ey! Ja! Da haben wir ihn nicht getroffen. Aufgehalten, aufgehalten. Ey, so ein... Ja! Geschafft! Kein Problem. Dafür schaffe ich hier diesen Sprung easy-peasy rüber. Aha. Ohne... Oh! Okay! Tschüss! Au! Au rein! Ich bin im Portal! Alter! Wo sind wir denn jetzt? So was ist da. Hey, wie krass ist das denn hier? Oh, aua! Ich hab's schon wieder nicht geschafft. Das ist voll schwer hier. Ey, das sieht ja so krass aus. Ja, ich bin runtergefallen. Ey, das ist ein komplett krasser Wasserpark. Alter! Den hab ich noch bekommen! Wenn ich den jetzt nicht bekomme, hab, Alter! Doch! Wehe! Den hast du euch... Ja, okay. Okay. Okay, lass dich rüber gehen, weil der Wasserpark... ...ist auf jeden Fall nicht ganz einfach. Ja, ich merk das schon. Ja, vorsichtig rüber. Das ist nicht dein Ernst! Dafür, dass du mich abschießen wolltest. Aha! Okay. Jetzt mach ich den Rest noch alles grün hier. Damit du schön über grüne Sachen rübergehen musst. Ja, das seh ich, wie grün du das machst. Okay. Oh Gott, du willst also wirklich Stress heute. Ähm... Ja! Ähm... Ja! Bitte... Hä, warum sind die unsichtbar? Ja, stimmt. Ach, ich wusste... Ich wollte gerade hochspringen. Hau rein! Hau rein! Ja! Oh mein Gott! Nein! Ja, schnell! Komm, 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 komm! Nein! Easy, peasy, easy! Ganz entspannt. Warum sind die Flöße drin? Das ist echt eine gute Frage. Ja, weiß ich auch nicht. Äh... Nein! Karma! Karma! Tja, jetzt will ich mal sehen, wie du es rüberscha... Okay, okay, okay. So easy. Ah ja. Ach, ich bin doch ausgewichen. Mega easy, sagst du? Ich bin doch ausgewichen. Warum ging das denn jetzt nicht? Nein! Nein! Das war die falsche Richtung. Das war die falsche Richtung. Das war nicht so schlau. Pass auf. Hier ein bisschen rüberlaufen. Und jetzt da oben in diese bunten Dinger mit dem Enter-Arten. Du meinst... Sooo... Und so! So? Guck mal! Hey! Wow! Aber... Und jetzt? Ja, danke! Das bringt gar nichts! Danke auf jeden Fall! Und zwar müssen wir hier... Das ist jetzt... Jetzt reicht's! Jetzt reicht's! Du willst also die Spies umdrehen! Ach, nein! Das glaube ich nicht, dass du den überlebst! Ja! Oh mein Gott, das war's mit dir! Ich weiß, alle Felder grün! Oh mein Gott! Ich hab' den ganzen... Was? Den ganzen See grün gemacht! Was? Ein Säure-See, oder was? Was? Oh mein Gott, das ist alles so grün jetzt gerade! Stimmt! Stimmt! Ey, was? Weißt du, was ich jetzt nicht mehr mich hab' für ne Taktik? Yeah! Das ist nicht dein Ernst! Verdammt! Oh! Ah! Ah! Ja! Nein! Hau ab, Kollege! Nein! Schnell zum Schrauben! Ja, das war's mit dir! Du musst nachladen! Nein! Was? Wie sollst du nicht... Wie sollst du nicht draufgegangen? Du hast selber selber erschossen! Was sollt ihr das denn? Wieso bist du nicht draufgegangen? Ich war noch gar nicht beim Checkpoint, deswegen! Au! Der war gut geschossen! Boah, das tat jetzt gerade so gut, ne? Schnell! Boah, der ist schwierig! Der ist richtig schnell! Also wirklich! Ich schieß mich hier selber in die Luft! Mann! Na ja gut, aber nicht schlimm! Nicht schlimm! Wo bist denn du, hä? Ich bin draufgegangen! Ich bin oben bei... Boah! Boah! Alter, was für ne gezielte Ladung! Das war ein Shot! Das war ne richtig gezielte Ladung! Äh, hier... Nein! Jetzt! Ja! Meine Chance, nach oben zu kommen! Meine Chance, nach oben zu kommen! Ah! Hä? Hä? Ja, was? Wie hast du mich da denn noch erwischt? Hä? Wieso bist du draufgegangen? Ich hab noch nicht mal geschossen! Auch nicht! Tja, Kollege! Ja! Das ist ein Scherz! Okay, es reicht jetzt! Oh, du wirst... Ich war gefühlt schon rüber! Ich war gefühlt schon rüber! Hör auf! Hör auf! Was machst du denn da schon wieder? Sag mal! Wie kann ich denn... Mit den Raketen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was? Was machst du da? Ich bin in dem Typen drin! Nein! Was hast du denn jetzt da? Warum gehst du trotzdem drauf? Wie kann das sein? Ey, warum gehst du trotzdem drauf? So, Waffenstillstand! Okay! Ah! Hö! Alter! Ich wurde gegessen! Du hast dich... Ihhh, die Zunge! Äh! Die sehen richtig eklig aus! Aua! Und du bist wieder am Schummeln mit dem Enterhacken! Boah, hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Hast du gemacht? Nichts! Wie ein Gott komme ich angefahren! Ja! Okay, der war nicht schlecht auf jeden Fall! Der war nicht schlecht! Tja, die einigen... Hast du nichts gesagt? Ich wollte gerade sagen, die einen laufen, die anderen fliegen! Ja, du meinst so wie ich! Spider-Man! Spider-Man! Ist die schon weiter? Ja! Ich wusste nicht, ich habe noch gewartet davor! Ey, ich habe voll den Typen geholt! Ich habe ja auch so einen Typen geholt! Mann! Der ist ja gerade durch! Ach, du bist draufgegangen? Ah! Ja! Nein, ich gehe drauf wie so eine Lusche! Verdammt! Mann! Okay! Ey, nein! Ich weiß, wo wir hier drin sind! So! Da! Iiiiih! Alles voller Kacke! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Über die Würste rüberspringen! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Das stinkt hier auch! Und der kackt uns aus! Wow! Hey, warum... Ich werde nicht ausgekackt! Hallo! Nein! Das ist schwer mit dem Stromnest! Kein Problem hier für Profis! Hä? Okay, sagst du also? Ah! 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 Ich bin so gut geflogen gerade! Das tat so gut! Ausweichen! Weg hier! Rückzug! Oh Gott! Nein! Und jetzt! Rein hier! Nein! Wow! Wow! Hier sind böse Katzen! Habe ich doch den Jackpot bekommen da? Den Jackpot? Den Jackpot! Hier sind böse Katzen! Ich habe ihn nicht bekommen! Stell zurück! Nein! Ah! Ah! Wo fliegt der hin, Mann? Was soll das? Der macht Schutzflug! Wo bist du? Ich will jetzt drüben wieder! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Ausweichen! Hanover! Ach Gott! Ach! Mano! Wo bist du denn hingeflogen? Mann! Ja! Der leuchtet nach unten hier! So jetzt aber! Okay! Und! Ah! Okay! Oh! Nein! Sag mal du! Was soll das denn werden? Mann! Wo bist du denn? Der Beste! Wo bin Bro? Das Ding kann man gar nicht steuern! Wo bist du denn? Ich bin drauf gegangen! Schon wieder! Direkt der Schott! Das ist nicht dein Ernst, Mann! Ich war jetzt gerade einmal kurz davor! Mann! Kann doch nicht sein! So jetzt aber warte mal! Ich spiele mit den Katzen, okay? Alles gut! Ja! Das ist ein Witz! Das kann nicht sein, Bro! Ich lenke so gut! Ich lenke perfekt hier ein Jetpack-Jet! Oh! Die Katzen müssen streicheln und sowas! Ja! Hochziehen! Ja! Oh nein! Nein! Das ist ein Witz! Das ist echt ein Witz! Ich lag schon auf dem Brett! Ich lag schon auf dem Brett, Mann! Ich hab's gewinnen! Was ist denn das? Das war schwer damit! Das ist... Jetzt hör mal auf! Jetzt hör mal auf! Jetzt wird gleich passiert was! Ich überskippe gleich hier die Stage! Scheiße! Nochmal! Jetzt hör mal! Das ist doch ein Witz, Alter! Das ist doch so hardcore schwer, Bro! Ja, Leute! Ich kann nicht mehr! Ich kann nicht mehr! Hoppa! Wow! Ja! Und ich komm gut! Und rein! Ja! Endlich! Okay, okay! Dann geht's hier durch die Katzen durch auf jeden Fall! Ja, aufpassen! Und durch! Geht's hier nach draußen! Wo wir schnell werden! Yo! Wo sind wir denn jetzt? Juhu! Yeah! Ich hab's mir schon gesagt! Ich hab's mir schon gesagt! Extrem schneller! Nein! Aber kann ich den JPEG da auch? Oh mein Gott! Ich bin schneller! Ich bin schneller als mein Dingens! Was ist? Das fühlst du so komisch, hä? Was bleibst du da so gucken? Haha! Nein! Nein! Diesmal nicht, Freundchen! Du bist mal langsam mit dem JPEG! Oh nein, hau ab! Oh Gott! Oh Gott! Hau ab! Oh! Oh! Oh, Alter! War das knapp! Du hast Doppelsprung gekauft oder sowas! Was hab ich gekauft? Doppelsprung oder sowas! Ja! 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 Hä? Ja! Ja! Noch bekommen! Ich hab ihn auch bekommen! Ich hab ihn auch bekommen! Ich hoffe, dass wir ihn nicht bekommen! Ja! Okay! Nein! Ei! Wir haben ihn geschafft, Kaspar! Wir sind gekommen! Juuu! Juuu! Kaspar, guck mal! Guck mal, ich bin verrückt! Wow! Lauf! Ich bin verrückt! Wir haben das goldene Ticket bekommen! Der Schokolade von Willy Wonka! Ich weiß! Heute werden wir endlich da hingehen! Guck mal, hier geht's zur Factory! Oh mein Gott! Da vorne sehe ich auch schon ganz kleinen Wonka stehen! Siehst du das? Boah! Das hat voll geschneit, ne? Alter, einfach Schokoladenfabrik! Ich will auch so aus diesem Schokoladenfluss trinken! Wieso gucke ich eigentlich so böse und du nicht? Aufmachen! Weil du komisch aussiehst! Aufmachen! Ich bin anscheinend das verrückte Kind davon, ne? Wow! Pass auf, jetzt kommt der doch bestimmt raus mit Feuerwerk oder nicht, der Willy! Ich weiß nicht! Und er kommt auf einem Schokoladenfluss angeschwommen! Da kommt der! Da ist Wonka! Da ist Willy Wonka Wonki! Wingly Wonka! Wingly Wonka! Oh, guck mal! Ich war weg! Alter! Ich stehe hier im Halb im Zaun und drin ist es kalt! Ich habe meine Zunge daran gemacht! Ich klebe die daran fest! Alter! Guck mal! Das ist so ein Internet-Kind! Ey, was ist das denn? Wonka sagt Cheese! Oh mein Gott! Er sagt Cheese! Alter! Die filmt alles auf TikTok oder so, ne? Ich weiß! Die ist ganz komisch, ne? Oh Gott! Ich bin ganz unterzuckert! Ich brauche mehr Zucker oder so! Hallo Mr. Willy! Alter! Du bist ja völlig aufgedreht! Sag mal! Ich weiß! Ich bin richtig aufgedreht! Hier war mein kleines Kind! Ihr seid hier, weil ihr das goldene Ticket bekommen habt! Wow! Wer ist heute aufgeregt? Ja! Wir alle! Wir alle! Alter! Deine Zunge ist richtig lange! Ich weiß! Wow! Alter! Du kannst ja was Salto machen! Dann lasst uns in die Fabrik gehen! Los geht's! Okay! Ja! Dann gerne! Nutzt mein Starcode! Let's go! Okay! Okay! Let's go! Oh ja! Alter! Wonka! Korrekter Dude! Oh mein Gott! Genau so habe ich mir das vorgestellt! Ey! Das sieht ja richtig gut aus! Das sind sogar diese kleinen Opa Lumpas! Der Schokoladenbrunnen! Ich habe schon wieder Rückwärtshandlung gemacht hier! Ich habe es gesehen! Alter! Pass mal auf! Ich werde jetzt erstmal direkt was trinken! Alter! Ich gehe direkt rein hier! Oh! Alter! Oh Gott! Man darf nicht in den Fluss rein! Hat er doch gesagt! Letztes Mal! Oh! Ich weiß nicht wie es dir geht! Aber ich habe hier auf jeden Fall! Alter! Ich weiß hier die Action mal was! Ich auch! Opa Lumpa! Didgeridoo! Oder wie geht das nochmal? Die sind richtig klein! Okay! Für den Anfang! Lass uns mit einem kleinen Minispiel beginnen! Was für eins! Oh mein Gott! Lass uns die Süßigkeiten sammeln! Okay! Äh! Wer die wenigsten Süßigkeiten bekommt! Geht nach Hause! Alter! Äh! Das heißt wenn du jetzt nicht genug eins an willst! Das ist nicht gut! Lass direkt schon mal verteilen! Okay! Ich bin direkt bereit! Geh los! Eins! Zwei! Alter! Ich nehme so viel es geht! Wie nimmt man das denn mit? Wie nimmt man das denn mit? Oh Gott! Sag doch was! Oh Gott! Hier sind so viele Süßigkeiten! Oh mein Gott! Haha! Haha! Ja! Ich nehme die meisten mit ey! Ihr könnt gar nichts gegen mich! So! Hier oben auch noch mal! Zack! Alter! Ich habe auch schon so viele! Hier ist auch noch eines versteckt! Willst du die irgendwo hinbringen? Die Süßigkeiten war noch versteckt! Ne ne? Ich weiß nicht! Ich habe auf jeden Fall richtig... Oh Gott! Ich kann gerade keine mehr sammeln! Ich habe so viel eingesammelt ne? Alter! Ich hoffe es hat gereicht! Ich hoffe es hat gereicht! Oh! Oh oh! Mal gucken wer geht jetzt nach Hause! Ich muss mehr als die eingesammelt haben! Oh nein! Okay! Jetzt tolle Arbeit! Jetzt werden wir sehen wer am meisten eingesammelt hat! Ich habe gesagt wir waren alle zu langsam sagt die! Es soll ich sein! Ich bin für... Ich bin gerannt um das ganze Ding! Oh mein Gott! Ey Leute! Oh mein Gott! Und der Gewinner ist ihr! Alter! Du hast am meisten eingesammelt! Wow! Ich habe alle gegessen Kasper! Oh mein Gott! Ich habe alle gegessen! Du bist richtig aufgedreht! Wow! Und das Kind mit den wenigsten gesammelten Süßigkeiten ist Sophia! Nein! Sophia! Oh nein! Mit dem Boot! Und jetzt wird sie nochmal nass gemacht mit Schokolade! Tschüss! Oh Gott! Oh Gott! Tschüss! Oh Gott ey! Voll braun ist sie weg! Alter! Ja man! Okay also die hat es auf jeden Fall leider mitgenommen! Wir gehen auf die nächste Stufe über sagt er! Was für die nächste Stufe? Er hat irgendwas für die nächste Stufe gerade... Und hast du es gesehen? Sophia hat eben gesagt irgendwie lasst uns gehen! Wohin gehen wir jetzt Mr. Wonka? Oh oh! Die beste Art von Preis ist Überraschung! Ähm... Also... Hilfe? Könntest du eine Frage beantworten Mr. Wonka? Nein! Ich will jetzt nichts sagen! Du musst abwarten und sehen! Alter! Wir sind hier gerade voll am rumdüsen! Das ist das krasse Boot was so richtig schnell war oder nicht? Ich seh es gerade! Wir sind richtig schnell unterwegs! Er sagt wir sind unhöflich! Was soll das denn ey? Ich seh ein bisschen unhöflich aus! Du bist auch kurz oder klein! Er ist klein! Alter wir sind Kinder! Wo ist du? Ich seh dich gar nicht! Da bist du! Oh Gott jetzt wo sind wir jetzt? In seiner neuen Fabrik oder was? Wie war das nochmal? Ja ja ja! Wie war das jetzt? Oh mein Gott! Chemielabor! Ähm... Alter hier ist ein Wissenschaftler! Der läuft auf uns zu! Guck mal! Der geht zu Wonka! Ich seh es gerade! Was macht der? Hallo! Okay! Der macht anscheinend ein neues Experiment oder so Kasper? Anscheinend! Großartig! Die Kinder sind auch hier! Aber was bedeutet das? Ja was für ein Experiment? Sieht aus wie ein Schlagzeug! Jeder muss ein Kaugummi herstellen! Boah! Was? Oh mein Gott! Und die werden den krassesten Kaugummi dann einfach so groß machen, dass ihn jeder auf der Welt kaufen wird! Ey was? Ich hätte ja richtig Lust auf so einen richtig großen Kaugummi-Ball! Stell dir vor du kannst einfach so eine große Blase machen, dass du hochfliegst! Alter das wäre richtig krass! Alter ist die Weltrekordhalterin im Kaugummi-Kauen! Alter wie soll das denn gehen? Anscheinend! Okay also ich sag dir was ist, wir werden hier auf jeden Fall das beste Kaugummi herstellen! Wie es nur geht! Ja ich bin sehr gespannt wie das... Ich hab noch nie ein Kaugummi selber gemacht! Komm lass mal anfangen! Ich glaube wir müssen hier so ein paar Sachen zusammen mixen oder so! Oh Gott! Okay! Oh nein! Was nimmt man da jetzt am besten? Wir müssen richtige Antworten geben! Du wirst bei diesem Test bewertet und wenn du weniger als 50% richtig hast dann musst du nach Hause gehen! Oh Gott! Okay! Oh Gott! Wir machen keine dummen Kinder! Nee ich glaub auch nicht! Okay! Oh Gott! Welchen Kaugummi möchtest du? Blaubeere? Das ist doch schon eine Fun-Frage hier! Minze! Ich nehm Blaubeere! Ich hab Minze genommen! Da kann man nur leichte Fragen beantworten! Große Auswahl sagt er bei mir aber! Ja bei mir auch! Ja das hat er nur so gesagt! Wie süß willst du? Ui! Kann schon Mittel oder? Oder wie hoch soll es sein? Wahnsinn! Ha! Oh mein Gott! Na ja Wahnsinn! Mal gucken! Mal gucken! Nur so viel! Oh nein Gott! Der meckert bei mir! Tja! Er hat gesagt ich hab nen süßen Zahn! Ja! Hab ich auch! Die größte Kaugummi Marke! Oh nein! Boah! Hä? Boah was weiß ich denn Alter! Was ist das denn? Was soll das denn sein? Alter! Drei zack? Schokolade! Was sind drei zack? Ah! Ja! Wrigley! Wrigley! Wrigley hab ich auch ausgewählt! Verdammt! Mir ist hier was explodiert ey! Hahaha! Oh mein Gott! Ich hab noch nie von Wrigley gehört! Die größte Schokoladen Marke! Oh Gott nein! Hä? Ich weiß nur zwei Stück! Oh oh! Hache oder Cadbury? Eins von den beiden! Ja Wonka! Was zum Wonka! Wonka! Nein! Explodiert! Nein! Ich hab doch! Wonka war richtig! Ich hätte Wonka nehmen sollen! Als nächstes welches davon ist das vibratorisch für dich ein Kaugummi? Also was ist da drin? Äh! Harz, Gelatine, Kaugummi Basis? Kaugummi Basis! Kaugummi Basis hab ich auch gemacht! Nein! Das ist die Latine! Ich wollte auch die Latine nehmen! Wir müssen aber schon gleich nach Hause oder so! Hey! Der macht grad Gehirnjogging, du hast den Schaffler! Als nächstes, für wieviel wird der teuerste Kaugummi verkauft? 600, 5000, 714.000 Sachen? Alter, bestimmt einer aus Gold oder so! Digga! Wie soll ich das denn wissen? Ich hab mir einfach das teuerste! Das teuerste wird schon richtig sein! Ey! Nein! Mann ey! Verdammt! Ich hab das Zeit teuerste genommen! Ich hab das nicht alles! Mann! Warum war das so hoch? Britney Spears das gekauft hat! Oh Gott! Ne gekaut! Die hat's schon gekaut! Alter, das ist einfach ein gebrauchter Kaugummi! Ihhh! Ihhh! Wer isst sowas? Okay! Okay, so! Jetzt will ich meinen Kaugummi herstellen! Schaff mir, kriegst du besser hin jetzt! Okay, bitte! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ähm! Ähm! Äh! Äh! Weiß ich auch nicht! Erstaunlich! 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 Nein! Ja! Ich kann doch gar nicht nach Hause gehen! Okay! Jetzt die letzte Frage! Welches wird mehr geschätzt? Kaugummi oder Schokolade? Boah! Das weiß ich! Hä? Garantiert die Schokolade! Garantiert das Kaugummi! Ne! Niemals! Schokolade safe call! Verdammt! Mehr berühmt! Nein! Ja! Sehr gut! Na toll! Ich hätte es wissen können bei Willy Wonka! Oh Gott! Ihr werdet noch nicht viel Leben? Ich hab gar nicht mehr so viel Leben! Ich hab 72 noch und du? 65! Ich hab gefühlt alles falsch verantwortet! Ja? Okay, okay! Ich bin gespannt, wer nach Hause muss! Ja! Oh nein! Oh nein! Du musst am wenigsten leben von allen! Oh nein! Oh nein! Huh? Ah! Oh! Wir sind alle drei! Komm! Respawn! Was? Respawn! Was soll denn das? Respawn! Wir sind alle gleich viel Prozent! Digga! Ich glaub's nicht! Die schreiben Losers! Loser sagt, wir sind wieder da! Das hast du nach vorne! Ich bin wieder da! Und jetzt wird die... Komm, wir müssen wieder rauskicken oder so! Hä? Warte mal! You wanna try Kasper? Was? Was? Akzeptieren! Oh nein! Du hast gerade einen Kaubi von einem verrückten Kind probiert! Oh mein Gott! Ich esse jetzt! Oh Gott! Und? Oh! Ich fühl mich komisch! Wieso? Du hast damit irgendwas gemacht mit dem Kaubi! Der ist von dir! Dass der den nur hergestellt hat! Ah! 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 Ich muss mich wieder respawn! Ah! Wie unkorrekt! Du kannst doch nicht einfach akzeptieren ey! Ja was was ich denn? Du hast mal einen guten Kaubi! Die lacht dich aus! Die lacht dich aus schon wieder! Mann ey! Was soll das? Ey! Wieso musste ich auch den probieren und nicht jemand anderes? Alter! Wer denn? Ich? Das war von dir der Kaubi! Natürlich! Du hättest ihn nochmal ausprobieren können! Nein! Von dir! Ich mach da nicht so einen verrückten Kaubi! Meiner war Minze! Okay! Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Irgendwo im Dunkeln! Wir sind Unkalunkas! Oh! Unpa! Unpa! Oh mein Gott! Das ist mit den Nüssen! Wo diese Eichhörnchen kommen! Weißt du? Wo die dann dann hier dieses alles reinstellen! Fallen sie hier nicht rein! Geh rein da los! Nee! Ich fall da nicht rein! Ja okay! Ey! Das ist ja unglaublich! Was müssen wir jetzt machen? Jetzt treffen wir die Eichhörnchen! Die kommen jetzt! Oh Gott! Oh nein! Oh Gott! Wie sieht die denn aus? Die kommen ja auch schon in Urlaub! Die haben voll zugenommen! Nein! Nein! Tja! Ach ach das ist auch seine Brauen! Wie die aussehen! Ohhhh! Wie die aussehen! Alter! Nur Fisch! Nur Scherien! Ach ach! Das ist doch wie die aussah, Alter. Ja, okay. Oh nein! Was ist denn jetzt? Also nicht hier das Loch. Oh Gott, okay. Alter, guck mal, die steht außen! Müsste sein, ich werde... Ja, ich werde so posten stehen. Halt mich da stehen! Oh Gott, wo müssen wir denn hin hier rein, oder was? Ich weiß aber nicht, wo wir hin müssen. Ich habe nicht aufgepasst jetzt. Locker werfen die jetzt gleich so Nüsse. Die werfen locker jetzt gleich so Nüsse runter, oder so. Oh Gott, da jetzt, ja! Oh nein! Au! Ich werde sie gestein hegen. Au! Alter! Ah! Hat er sich getroffen! Ey, mich nicht, mich nicht! Oh Gott! Guck mal, das Trauner ist von auf sich abgesehen. Ja, Mann, das hasst mich! Oh Gott! Oh nein! Alter, hört auf, wir haben zu werfen Stein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Warte, oh nein! Wieso haben die überhaupt Steine? Warum werfen die nicht mehr Nüsse? Das sind doch Nüsse! Das sind doch so Eicheln, glaube ich! Ah, ich seh's grad! Oh nein! Alter! Oh oh! Die sind ja völlig irre! Oh, die sind richtig irre, Alter! Ich fühle mich hier wie im Zirkus! Au! Ich bin hier auch! Ich werde hier nicht getroffen! Ich bin echt der beste Eichhörnchen-Ausweicher! Die haben keine Chance! Ich hab jetzt, ich hab ne Taktik! Das war hier oben direkt dran bei denen! Guck mal, zack! Oh! Ich fühle mich hier niemals! Ja, ich glaub wir haben's! Haben wir's? Ja, wir haben's! Oh mein Gott! Ja, wir haben's! Alter, ich konnte noch nicht mehr springen! Mir hat echt mein Knöchel weh getan nachher, ne? Guck mal, der andere! Der wurde schon, der wurde irgendwie fünfmal getroffen! Ah! Da kommt das Karma zurück, ne? Ja, wir haben's! Alter, alles mit euch springen! Oh mein Gott! Okay, ist gut zu wissen! Und jetzt? Wohin? Was passiert jetzt? Äh, ich glaub die Eichhörnchen, äh, ziehen jetzt durch oder so! Ich weiß auch nicht! Und nein! Sollen wir in den Milchschräder rein? Oh Gott! Wir müssen in den nächsten Raum jetzt reingehen! In den nächsten Raum! Okay! Okay! Oh Gott! Oh Gott! Was kann du mal empfehlen jetzt als nächstes? Dieses Spiel, ne? Das, wo der verrückte Junge reingegangen ist in diesen Fernseher, glaub ich! Ich glaub schon, ja! Ich glaub ein bisschen das, glaub ich sein! Ja! Das ist das! Woah! Jetzt musst du da rein! Guck mal! So viele Knöpfe! Was passiert hier? Welcher drück? Wo ist der dritte Monitor heute? Da fehlt! Das sind die ersten Kinder auf der Welt, die jemals diesen Raum hier sehen! Aber wir können ja anscheinend jetzt hier das... Irgendwas könnten wir jetzt hier, glaub ich, machen oder so, ne? Oh mein Gott! Warte mal! Wir müssen hier Computer starten! Okay! Okay! Wir starten! Fangen wir mal das Ding hoch hier, ne? So! Geht das überhaupt an hier hinten? Warte mal! Da ist so ein Stromkabel, oder? Oh mein Gott! Hier? Weiß nicht! Ja, okay! Oh mein Gott! Das Selfie-Kit? Was ist mit dem? Das kann auf jeden Fall das Ding anmachen, ne? Das sind jetzt nur Selfies filmen! Oh oh! Oh mein Gott! Was sollen wir jetzt machen? Das sind die Computer starten! Das sind die Computer starten! Oh nein! Mach dich bereit, das Rätsel zu lösen! Puzzleteile! Irgendwohin ziehen! Die Puzzleteile! Oh mein Gott! Oh oh! Hi! Oh oh! Ich wäre als gedacht! Das ist nicht so einfach! So! 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 Äh! Kann das jetzt auch mal einen arrestieren hier, oder was? Ne, irgendwie will das nicht! So! Oh mein Gott! Ich bin gleich fertig! Wie sieht's für die aus? Ich brauche noch ein bisschen! So! Und letztes! Ja! Wir haben die Computer abgeschossen! Gott sei Dank! Nein! Beeil dich! Beeil dich! Nein! Oh! Ich habe den Computer repariert! Ich habe auch repariert! Gerade noch so! Ich glaube sie hat es nicht geschafft! Weil sie auf ihrem schwierigen iPad wahrscheinlich nicht... Jajajaja! Ah! Ich wusste es! Ah! Ich wusste, dass sie das nicht schafft! Alter! Wir waren auch so hardcore schnell gerade! Die hatten keine Chance! Wir waren extrem schnell! Ja! Und jetzt sind wir in der Maschine mit Laser! Achtung! Pass auf! Achtung! Oh Gott! Oh mein Gott! Das wird jetzt so hardcore schwer! Ich weiß es doch jetzt schon! Ich sehe es gerade! Was macht man jetzt? Oh nein! Jetzt richte ich da seine Laserstrahlen ein oder was? Alter! Ist der überhaupt korrekt der Wonka oder ist der unkorrekt? Oh Gott! Ich glaube der ist unkorrekt! Ich glaube auch! Ich glaube der wird noch böse! Oh nein! Er macht rot gerade! Oh oh! Oh oh! Rot ist glaube ich nie gut! Ne! Ich glaube rot tut weh! Ich glaube rot tut sehr doll weh! Bei rot soll man ja stehen! Wow! Alter! Okay! Ah! Mr. Wonka! Er sagt, ich soll rüber springen, aber ich laufe einfach hinterher! Haha! Gedribbelt! Tja Kollege! Nicht für mehr! Das ist ja für Babys, Alter! Guck mal! Absolut für Babys! Willst du ein bisschen schneller? Oh mein Gott! Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Geht! 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 Ist schon okay! Oh! Alter! Oh oh! 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 Ein zweiter kommt gleich oder was? Oh mein Gott! Oh Gott! Was? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Lauf! Lauf! Au! Ich bin direkt dahinter! Ich bin direkt dahinter! Mir geht's gut! Ich hab's! Okay! Pass! Pass! Nein! Nein! Easy! Oh! Easy! Easy! Alter! Hä? Da ist nichts los! Sag mal! Kannst du was machen oder was? Sehr ruhig! Ja! Ich bin ruhig geblieben jetzt! Komm! 7 Sekunden noch! 7! 5! 3! Alter! Das ist ja für Babys! Ah! Ah! Oh! Oh mein Gott! Alter! Durchgebrannt auf einmal! Alter! Auf einmal ging's richtig schnell los! Alter! Au! Komm! Komm! Wir gehen lieber lieber weg! Wir gehen lieber lieber weg! Wir gehen sogar schon raus aus der Factory! Wer kriegt denn jetzt das krasse Geschenk von Bonka was er immer angepriesen hat? Ehrlich! Wir gehen jetzt komplett raus! Ich glaub wir verlassen jetzt die Factory! Ja guck! Boah! Kaspos Eltern! Ey! Mama! Papa! Was geht ab bei euch? Was hast du mit unseren Kindern getan? Hä? Hä? Ich glaub wir haben den falschen Knopf gedrückt oder so! Ich glaub der Willy Wonka war irgendwie böse! Der wollte uns irgendwie foltern mit diesen Lasern eigentlich! Aber wir waren zu gut! Ich glaub auch! Schnell weg hier! Was ja beim nächsten Mal wieder krass war! Wonka wurde am nächsten Tag verhaftet! Er ist derzeit für die nächsten sieben Jahre im Gefängnis! Und ich muss diese Weibacken ohne Schokolade verbringen! Nein! Nein! Mein größter Albtraum! Und das soll's gewesen sein Freunde! Mit der Wonka Story! Wenn ihr auf jeden Fall noch mehr auf solche coolen Videos sehen wollt! Lasst euch auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da! Checkt euch hier das Video aus! Einfach kein draufklicken! Und lautet rein! Bis morgen! Ciao!